Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur vorletzten Episode von Carbon und Laktat in 2019. Heute mit mir Simon Müller und mit Nils Fließhardt. Ja, hallo Nils. Hi. Okay. Ja, wie gerade schon gesagt, vorletzte Episode des Jahres und wir dachten, das wäre mal ein Anlass dazu, zurückzublicken. Mitte, fast schon Ende Dezember und ja, viel passiert im Jahr. Genau, es ist die klassische Zeit der Jahresrückblicke und wir haben uns gedacht, das müssen wir natürlich auch machen, weil wir uns überlegt haben, was ist uns eigentlich in Erinnerung geblieben das ganze Jahr über und haben dann festgestellt, dass es ein sehr, sehr wildes Jahr war und dass es ganz schön viele Punkte sind, über die man sprechen muss. Ja, und dass man es auch unmöglich, ich meine, wir haben letzte Woche mit der Podcast-Episode einen neuen Rekord aufgestellt mit knapp über zwei Stunden. Ganz so sehr in die Länge ziehen wollen wir es heute nicht. Ja, wir versuchen es. Aber wie du gerade schon gesagt hast, wir haben gerade schon vorher, als wir so unsere Punkte rausgeschrieben haben, festgestellt, wenn man über alles auch nur ein paar Minuten reden würde, dann würde man mit diesen zwei Stunden auch gar nicht hinkommen. Aber es soll ja auch nicht darum gehen, das irgendwie nochmal detailliert zu analysieren oder so. Das haben wir ja alles jeweils in dem Podcast, der danach rauskam, gemacht, in den Magazinen, in anderen Formaten. Ja, aber einige Zusammenhänge, die kann man quasi erst auch herstellen, wenn das ganze Jahr vorbei ist. Ja, genau. Und ja, deswegen eine Reise durch 2019, durch das Triathlon-Jahr. Und Simon hat sich geweigert, den einen oder anderen Punkt wegzustreichen oder zusammenzufassen. Dann haben wir gesagt, na gut, dann lassen wir uns das mal auf uns hier zukommen und dann gucken wir mal, wie lang das wird am Ende. Ja, genau. Also wir haben uns auch überlegt, machen wir das jetzt irgendwie so, dass wir Top, unser Top 10 raussuchen oder Top 20 und dann dachten wir uns. Top 35, Top 50. Ja, haben aber dann gesagt, irgendwie, wir wollen das gar nicht werten. Das wäre vielleicht auch irgendwie unfair. Wie will man sowas vergleichen? Wir wollen einfach durchs Jahr gehen, mehr oder weniger chronologisch. Vielleicht springen wir auch ein bisschen. Ja, und dann einfach mal schauen, was ist hängen geblieben von 2019. Das ist der Plan. Richtig. Ja, ich würde sagen, dann... Hau mal rein. Wir fangen im Frühjahr an, weil wir, oder ja, zeitiges Frühjahr, muss man ja fast schon sagen. Ja, eigentlich im deutschen Winter. Ja, genau. Ja, mit einem Ironman 73 Dubai. Davon ist mir persönlich noch am ehesten in Erinnerung, dass ich das Rennen live gesehen habe, mitten in der Nacht bei uns und auch den Rennenbericht geschrieben habe. Und dass einmal die Diskussion bei den Männern war, ob Alistair Brownlee startet oder nicht, weil er sich ganz lang bis kurz vorm Rennen nicht geäußert hat. Genau, da stand er noch irgendwie und man ist noch lange davon ausgegangen, dass er da ist. Ja, seine Konkurrenten auch. Die wussten dann quasi erst mit der offiziellen Absage vom Veranstalter irgendwie zwei Tage vorher, als er dann auch nicht bei der Pressekonferenz war, dass er nicht gestartet ist. Das ist mir auch persönlich noch in Erinnerung geblieben, aber viel mehr, dass Anna Haug Zweite geworden ist und dass ich oder wir das damals als soliden Saisoneinstieg betitelt haben. So war es, ja. Und es dann Leute gab, die gesagt haben, Mensch, das war ja so eine starke Leistung und das ist doch nicht nur solide, was soll denn irgendwie, das ist doch völlig untertrieben. Es aber in dem Moment so war, dass sowohl Anna Haug, die ja im Jahr davor gewonnen hat in Dubai und auch da, glaube ich, schneller war, irgendwie ein, zwei Minuten, gesagt hat, irgendwie das war okay, aber jetzt nicht das große Rennen. Und da gibt es auch noch einige Sachen, an denen sie arbeiten kann und will. Das Gleiche, was dann auch beispielsweise Dan Lorang nach dem Rennen gesagt hat. Also eigentlich nicht ein Fazit von uns, sondern von Anne selbst nach dem Rennen. Und ja, ich meine, wenn wir jetzt mit dem Wissen, wie das Jahr gelaufen ist, können wir eigentlich sagen, dass das ja so ein bisschen die Vorzeichen waren für den Verlauf, weil es am Ende letztendlich so war. Unsere Aussage war nämlich dann auch auf die Kommentare, so lass uns und vor allem der Sportlerin doch noch den Platz für Steigerungspotenzial. Ja, und die hatte sie ja im Endeffekt, oder das hatte sie ja im Endeffekt durchaus und sehr enorm, aber ja. Nicht so, wie sie sich das gedacht hat. War etwas sprunghaft, dieses Steigerungspotenzial. Wollen wir an der Stelle gleich die Chance nutzen und auf die neue Triathlon verweisen? Ganz genau, das können wir machen. Die Just in einigen Kiosken liegt sie schon, ansonsten morgen am Kiosk. Heute, Ausgabe 176 mit einem großen Interview mit Anne Haug. Wir haben sie getroffen in Frankfurt oder bei Frankfurt in Langen und der Kollege Müller hat, nee Müller nicht, Weber, der Klassiker, hat das Interview gemacht und ein sehr, sehr, sehr spannendes Gespräch, was sie da geführt haben. Ja, und jetzt will ich auch nicht aus den Inhalten nicht zu viel. Wollen wir die Headline verraten? Die können wir verraten, du musst es aber versuchen auszusprechen. Es war auf jeden Fall der Tenor, eigentlich war das die verkorksteste Saison meiner Karriere. So ist es. Und deswegen habe ich die Chance jetzt auch genutzt, um da gleich einzuspringen, weil es einfach thematisch so gepasst hat, weil jetzt nicht nur wir das Jahr Review passieren lassen, sondern das quasi ja auch zumindest ein Stück weit mit Anne gemacht haben und die auch ihr eigenes Fazit dann daraus geschlossen hat. Und ja, alles weitere, also langes Interview, gibt es in der neuen Triathlon zu lesen. Aber wie gesagt, im Zusammenhang mit Dubai auch durchaus bei uns noch sehr präsent gewesen. Ja, wer hätte damit gerechnet, dass das so endet? Gerade, dass Anne danach gesagt hat, irgendwie so viel, wie sie noch vorhatte dann nach Dubai, hat dann ihren Rennkalender bekannt gegeben mit Highlights in Frankfurt und bei The Championship und richtig angreifen. Und als dann klar war, ein Rennen nach dem anderen fällt weg, das wird dann richtig eng und ein bisschen Bilderbuchgeschichte. Genau, ja und im Nachhinein ja eigentlich eine total absurde Saison letztendlich. Da ist ja wirklich alles weggefallen. Also es ist ja kein Plan so eingetreten, wie sie sich das vorgestellt hat. Und dann auch ja, am Ende war es ja auch die totale Wundertüte. Jetzt sind wir schon arg gesprungen, aber sie ist ja letztendlich auf Hawaii an den Start gegangen, ohne wirklich eine Gewissheit haben zu können, in welche Richtung das da für sie geht. Ja, ja, schon vorher, allein in Kopenhagen. Ja, genau. Ja, genau. Hat man auch schon gemerkt, wie überraschend das für Anne selbst und das ganze Team drumherum war letztendlich. Aber gut. Ja, letztendlich auch, ich erinnere mich auch, wir haben ja immer dann auch Kontakt gehalten, dann auch zur Sportlerin, zu Dan und dass dann auch ja so Pläne zwischendrin geboren wurden, wie, ja, wir müssen ja noch irgendwie einen ins Ziel bringen, zur Not wandern wir den durch. Also wirklich so, wo wir uns schon gesagt haben, wie soll das aussehen? Wenn die dann den Start geht und vom Rad steigt und dann weiß eigentlich, ich bin nicht fit genug, um Marathon zu laufen, aber ich muss den jetzt hier durchwandern. Also da war der Wunsch nach Hawaii auf jeden Fall so groß, dass auch sowas dann in Betracht gezogen wurde und dann letztendlich und dann macht sie es und haut dann so ein Ding da raus. Weil halt sonst auch so frühzeitig die ganze Saison gelaufen gewesen wäre. Also mit der Verletzung, so wie er auch selbst gesagt hat, der Marathon, über die Distanz ging das jetzt noch, aber es war klar, also 73 WM kannst du dann vergessen mit den spezifischen Anforderungen, die letztendlich dafür im Laufen gebraucht werden, was sie auch wusste nach dem dritten Platz aus dem Vorjahr. Ja, und ja, dann so eine Saison quasi mit dem Verlauf und bis zu dem Zeitpunkt ja eigentlich erst nur einem Rennen im Februar, dann im Juli quasi schon zu beenden, ist halt extrem bitter. Und Alternativen hätte es dann quasi auch nicht gegeben, außer dann vielleicht im Oktober Rennen, um sich schon fürs Jahr drauf zu qualifizieren. Ja, ich glaube, wir sind alle sehr, sehr froh, dass es anders gekommen ist. Ende gut, alles gut. So, Podcast Ende. Besser wird es nicht mehr. Nee, genau. Ja, machen wir weiter. Ja, also wir springen jetzt tatsächlich, wir haben ja bei Anne jetzt quasi die ganze Saison geguckt, aber was im Frühjahr, worauf wir da gewartet haben, war eigentlich so ein bisschen die Rennplanung von Jan Frodeno. Das war so das erste, wo geht er dieses Jahr in den Start, was will er machen, wo zeigt er sich und ja, viele sind davon ausgegangen, dass das erste Rennen der 70.3 in Ocean-Zeit sein wird. Ja, vor allem auch Lionel Sanders. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube aber noch zu wissen, dass Jan Frodeno auch zu keinem Zeitpunkt mal auf einer Startliste oder Entryliste stand. Nee. Aber ich weiß ja, oder wir wissen ja alle irgendwie, man hält ja unter Konkurrenten auch irgendwie Kontakt und entweder es war einfach nur ein Wunsch von Lionel Sanders, dass es wieder so kommt oder es wurde vielleicht im direkten Kontakt mal angedeutet. Auf jeden Fall hat Lionel Sanders in einem seiner Videos dann gesagt, er freut sich oder wird sich freuen, wenn das Duell mit Jan Frodeno über die Halbdistanz dann in eine Neuauflage geht. War ja die bekannte Geschichte, dass er, ich glaube 2014 war es, dann mit Jan zusammen auf die Laufstrecke gegangen ist, dann ordentlich eingeschenkt bekommen hat. Dann 2017, dass das Rennen war, wo Jan einen Platten hatte und das Rennen vorzeitig beendet hat. Und dann 2018, dass es dann wirklich zu dem Duell kam und Lionel Sanders dachte, jetzt habe ich den aber über die Mitteldistanz. Und Jan Frodeno schneller Rad gefahren ist, schneller geschwommen sowieso und schneller gelaufen ist. Und Lionel Sanders dann meinte, ja, er ist halt sowas wie der Lehrer, der reinkommt, wenn du irgendwie denkst, du hast deine Hausaufgaben gemacht und dir zeigt, Junge, das reicht jetzt nicht. Und ja, also auf das Duell musste verzichtet werden und letztendlich war es dann ja auch bei Lionel Sanders so, dass er nicht gestartet ist. Das war ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht absehbar, auch eine der großen Leidensgeschichten des Jahres und ganz anders verlaufen, als er sich das vorgestellt hat. Leider nicht mit so einem Happy End, zumindest für ihn persönlich leider, nicht mit so einem Happy End wie bei Anna Haug. Er hat es ja dann auch noch nach Hawaii geschafft. Ja, aber seine frühzeitige Planung, ja, musste er dann auch komplett umwerfen. Ja, deswegen in Oceanside beide nicht gestartet, ganz anders gekommen. Und ja, in dem Atemzug im Frühjahr immer die beiden großen amerikanischen Rennen. Das zweite Rennen, Kontinentale Meisterschaft, Ironman 70-30 George. Genau. Da dann aber mit einem Saisonauftakt von einem anderen großen deutschen Athleten. Ja, Sebastian Kienle, der sich ja gerne da zeigt. Das ist ja irgendwie so seine Ecke im Frühjahr, auch fürs Training. Und Hexas wollte er ja auch schon mal starten und musste dann absagen. St. George hat er ja auch jahrelang schon gemacht. Also ja, auf Bewertes zurückgegriffen, aber auch anders gekommen, als viele gedacht hätten. Und warum uns das so in Erinnerung geblieben sind, sind zwei Dinge. Zum einen hat Sebastian Kienle, ich glaube, seine erste Zeitstrafe bekommen im Rennen. Noch seit 20 Jahren Profikarriere, meinte er hat danach. Und das wurde auch schwer diskutiert, Social Media, die Videos wurden verglichen, wurden rauf und runter. Hätte er es anders machen können. Also er hat sie auf dem Rad bekommen wegen, war es wegen Blocking oder wegen letztendlich? Ich glaube, im Nachhinein... Also er hat überholt und das hat, glaube ich, zu lange gedauert. Ein bisschen glatteis jetzt. Ja, ich habe, also aus den Videos war es ja tatsächlich so, dass man, also ich glaube, die Aussage war, wegen Zeitstrafe. Aber weil es im Video nicht danach aussah, als sich das alle angeguckt haben, wo dann... Wegen Windschatten, meinst du? Ja, genau. Ja, meinte ich ja, klar. Dass die Zeitstrafe wegen Windschattenfahrens war. Und dann, als ich aber das Video die Leute angeguckt haben, weil es ja eine Übertragung gab oder einen Videoausschnitt von dieser Szene, haben Leute in den Raum umgeworfen, dass es wegen Blocking gewesen sei. Oder dass es irgendwie bekannt gegeben wurde. Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Aber ich glaube, die große Diskussion war halt, weil Kienle selbst dann gesagt hat, nach dem Rennen seine erste Zeitstrafe wegen Windschattenfahren. Ja, letztendlich war das... Ja, konnte man das auch diskutieren. Also da waren irgendwie Motorradfahrer noch mit im Weg und es musste irgendwie rübergefahren werden, quasi in den Gegenverkehr, der aber freigegeben war. Wenn ich mich richtig erinnere. So ganz genau habe ich es nicht mehr vor Augen. Aber auf jeden Fall war das der Punkt, warum er das Rennen vermutlich nicht gewonnen hat. Ja, es ist halt schwer zu spekulieren, wie weit er auf dem Rad noch nach vorne gefahren wäre oder weggefahren wäre. Auf jeden Fall war es ja auch für ihn ein bisschen die Reise ins Ungewisse, nachdem er auf Hawaii ausgestiegen ist. Nachdem er auch verkündet hat, es war die längste Laufpause, die er in seiner kompletten Profikarriere hatte. Und dann quasi von Oktober, als er auf Hawaii ausgestiegen ist wegen der Achillesseenprobleme, bis in Januar, Februar rein gar nicht gelaufen ist. Und dann auch mit Antischwerkraftlaufband und selbst wahrscheinlich am wenigsten wusste, wie er seine Form zu dem Zeitpunkt bewerten muss. Und dann eine der schnellsten Laufzeiten da hatte. Ich glaube, letztendlich war es die viertschnellste Laufzeit, 1,15 auf einem alles andere als schnellen Kurs. Und dann gezeigt hat irgendwie, also obwohl klar war, ich glaube, er ist als Neunter in die Wechselzone. Und obwohl klar war, er gewinnt da keinen Blumentopf mehr und den ersten Platz sowieso nicht. Voll durchgezogen und mal geguckt, was geht. Und er dann trotz der Zeitstrafe sich irgendwie relativ schnell auch gefangen hat und gesagt hat, er nimmt vor allem daraus mit, dass seine Laufleistung gut war. Und dass er seit langer Zeit nach dem Rennen am Morgen danach auch keine Schmerzen mehr hatte. Und das war dann auch so der Aufwind, glaube ich, den er trotz des siebten Platz dann auch bekommen hat. Und das hat sich kurz danach und auch später danach und eigentlich die ganze Saison dann auch bewahrheitet, dass es von ihm auch total die richtige Entscheidung war, die Pause so komplett zu machen. Was er halt meinte, er hat nur die Option, jetzt nachdem die Verletzung ihn so viele Jahre beschäftigt hat, einmal das komplett aushallen zu lassen, was auch immer das bedeutet und dann neu aufzubauen. Aber dazu kommen wir ja noch. Richtig. Wir bleiben erstmal im Frühjahr. Genau. Die große internationale Bühne spielt da eine Rolle, der Ironman Südafrika. Ja, auch großartig. Da haben wir drüber gesprochen im Vorfeld, haben uns so ein bisschen in die Starterlisten reingeguckt und haben gesagt so, wow, das ist ein Startfeld, wo sich bestimmt viele vorher gewünscht hätten, auch dass es nicht so aussieht, weil da wollten natürlich viele auch den Slot klar machen. Gehört sicherlich auch in den Jahresrückblick mit rein, das Slotverfahren und genau der Zusammenhang mit diesen Rennen, dass viele da entweder auch auf der Strecke geblieben sind oder wie in Südafrika vorher schon wussten, okay, wenn es jetzt nicht klappt bei dem Feld, dann muss ich auf jeden Fall mindestens noch eine Extra-Runde drehen. Ja. So war es letztendlich auch. Genau, aber das haben ja auch viele geschafft. Ja. Dröselst mal auf. Das haben wir gesehen. Ich meine, die große Geschichte um Südafrika rum, jetzt natürlich aus deutscher Sicht, war Nils Frommold, der so lang ja aus dem Renngeschehen und aus dem Weltklasse-Renngeschehen raus war, dass er ja auch offen drüber gesprochen hat, lang überlegt zu haben, ob er das auf dem Niveau noch weitermachen will, ob er überhaupt noch Profi-Triathlet sein kann, sein will und dass das dann quasi aus dem Nichts der riesige Befreiungsschlag war, den er sich selbst kaum zugetraut hat. Von außen betrachtet, ne? Ja. Man hat dann gesagt so, ja, das wird schwer. Man hat dann gedacht so, wenn das für ihn das Rennen sein soll, wo er wieder zurückkommen will, dann hat er sich da eine harte Nuss ausgesucht und dann hat er so einen rausgeholt. Wir haben noch gar nicht gesagt, er ist Zweiter geworden. Ja, genau. Ja, und durchweg wirklich, wir haben es am Fernseher gesehen, wirklich so eine beeindruckende Leistung, dass man gesagt hat, da kommt jemand wieder. Extrem konstant, auch am Ende einen sehr starken Marathon gelaufen, wo er dann vor Hawaii auch noch gesagt hat, ihm kam das sehr entgegen, dass es auf dem Niveau nicht ein 70-3-Rennen war, weil das einfach noch ein ganz anderer Tempobereich ist und es in dem Moment für ihn sehr dankbar war, dieses etwas langsamere Tempo einfach langlaufen zu müssen und nicht ein etwas oder ein deutlich schnelleres Tempo, dann aber über eine kürzere Zeit. Ja, das war schon sehr beeindruckend und man hat auch echt so in der Szene gemerkt, wie viele da mitgefiebert haben und wie groß da die Freude auch einfach war, als es dann geklappt hat und auch klar war, okay, Nils Frommold kehrt auch nach Hawaii zurück und wird jetzt auch wahrscheinlich hinter diese Überlegungen, vielleicht die Karriere zu beenden, erstmal einen dicken, fetten Edding nehmen und das durchstreichen. Ich denke, er fährt auf jeden Fall im Regen, habe ich auf Instagram gesehen. Das würde er nicht machen, wenn er nicht noch was vorhätte. Ja, also ich glaube, der hat sich von den Gedanken jetzt auch nach der kompletten Saison verabschiedet und das ist auch sehr gut so. Und das zweite Comeback, sicherlich das von Ben Hoffman, der schon zweimal gewonnen hat, 2016 und 2017 und 2018 dann den ganz, ganz langen Wandertag eingelegt hat und das Rennen, ich glaube, tatsächlich mit zwölf Stunden oder so gefinisht hat und vom Rad abgestiegen ist und quasi den kompletten Marathon gegangen ist. Ja, das heißt, da haben wir noch drüber diskutiert. Da waren wir auch, glaube ich, unterschiedlicher Meinung, wie sinnvoll das war, ob er das gemacht hat, dass er das durchgezogen hat. Es war ja, man weiß ja natürlich jetzt im Nachhinein nie genau, ob das der ausschlaggebende Faktor war, aber wenn man das so betrachtet, dann ist es fast naheliegend, der Start in seine relativ lange Verletzungsphase. Und ja, aber auch bei ihm war klar ersichtlich, wie groß der Befreiungsschlag dann war, das Rennen zum dritten Mal zu gewinnen und zurückzukehren und dann auch zu wissen, bei dem internationalen Feld und bei dem topbesetzten Feld, wenn man da so eine Leistung abliefert und das Ding auf die Art und Weise gewinnt, dann kann man sich auch für später im Jahr, sprich für Hawaii, einiges vornehmen. Ja, das war schon mal dieses klassische Ding im Frühjahr, die frühen Rennen Texas, Südafrika, wo man dann immer schon drauf guckt, wer ist in der Frühform, mit wem kann man rechnen. Ja, das war schon sehr, sehr deutlich dieses Jahr. Und aus deutscher Sicht noch Andi Dreitz und Maurice Clavel auch noch da, die Plätze gesichert. Andi Dreitz noch als Sechster mit dem letztmöglichen Platz. Also aus deutscher Sicht sehr erfolgreich, sehr erfolgreicher Auftakt. Absolut. Und in Deutschland, um da den Sprung wieder zu machen, war so das erste richtig große Highlight in der deutschen Rennszene, war dieses Jahr Buschütten. Ja. Der Klassiker. Da musste man sich ja dann schon fast die Augen reiben, wer dann auf einmal da auf der Startliste stand. Denn da war ja dann der Saison-Einstand von Jan Frodeno. Ja, muss man auch sagen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Also eher über ungewohnte Distanzen für letztendlich beide, für Jan Frodeno und wir reden natürlich von Laura Philipp, die eine Woche vorher ihren Titel verteidigt hat in Marbella und beim 70-3 gewonnen hat. Und dann in Buschütten sich auch über die olympische Distanz ausprobiert hat, muss man ja fast sagen. Denn im Gegensatz zu Jan Frodeno kommt sie ja nicht von der Kurzdistanz. Ja, und dann war es natürlich auch für die deutsche Szene irgendwie so, ist ja immer was Besonderes, Jan Frodeno zum Anfassen. Und dementsprechend war ja auch die Stimmung. Also wenn man sich da an die Bilder erinnert, Buschütten ist ja immer spektakulär, weil im Becken geschwommen wird und dann alle wie so ein Hexenkessel drumherum stehen und anfeuern und immer eine besondere Atmosphäre ist. Aber das… Schweinekalt war es, glaube ich. Ja, genau. An dem Woche haben sich auch, glaube ich, alle daran erinnert irgendwie, dass es wirklich richtig so kein Triathlon-Wetter in Deutschland. Ja, ja. Nee, ganz genau. Und dann, ja, Jan Frodeno bewiesen. Dass er auch auf der Kurzdistanz den anderen teilweise auch Spezialisten zeigen kann. Wie das geht, muss man ja schon fast sagen. Ja, aber auch er hat sich dann verwundert, glaube ich, das ein oder andere Mal umgeguckt, wer ihm da so im Nacken hängt. Denn da ist ein anderer Name auf einmal aufgepoppt. Der uns auch im Jahr begleitet hat dann weiterhin. Genau. Dich auch vor allen Dingen. Ja, absolut. Ruben, Zepunke. Ja. Von dem viele vorher überhaupt nicht wussten, wer das ist und warum der da auf einmal Dritter wird, muss man ja dazu sagen. Also am Ende war er letztendlich nicht knapp mit Jan Frodeno um den Sieg. Aber doch schon so, wenn man die eine oder andere Erzählung hört, dass Jan Frodeno sich dann auch gefragt hat, wer da auf dem Rad immer näher kommt und dann auch wirklich angefangen hat, da ein Rennen auf dem Rad rauszumachen und nicht vielleicht sich vorsichtig zurückgehalten hat, weil Ruben, wie er auch bei uns dann im Podcast erzählt hat, alles dran setzen wollte, den Jan Frodeno mal zu überholen, weil wie oft kriegt man die Chance. Dazu wäre vielleicht jetzt auch Neues oder so, Ruben Zepunke, ehemaliger Profi-Radfahrer. Ja, und dann ist auf der, auf den 40 Kilometern nicht ganz geschafft hat, dann auf den ersten Laufkilometer noch versucht hat, irgendwie ranzulaufen, kostet es was es wolle. Ja, die Explosion war einkalkuliert. Und hat dann auch nicht gereicht und wurde dann am Ende noch knapp vorm Ziel von Andi Böcherer überholt und musste dann den zweiten Platz hergeben. Aber mutiges Rennen, unterhaltsame Renntaktik und eine Renndynamik, die natürlich auch die Zuschauer dann gern sehen, gerade wenn da auf der Autobahn irgendwie auch von abgefahren wird und man die Zwischenzeiten quasi jedes Mal mit der Stoppunen nehmen kann. Ja, und wie gerade schon erwähnt, ein paar Wochen später, auch ein paar Monate später, immer mal wieder, Ruben Zepunke, der ja jetzt auch vorhat, in den nächsten Jahren sich da zu etablieren und wo wir, glaube ich, alle sehr gespannt sind, auch aufgrund seines Alters, jetzt 26, glaube ich, immer noch oder 27 geworden. Aber 93er Jahrgang, also müsste er, ja, 26 sein, 26 und noch genug Jahre hat, um da auf den Langstrecken, sprich Mittel- und Langdistanz, mal zu zeigen, was möglich ist und vielleicht ja auch beim bald anstehenden Generationswechsel vielleicht so ein bisschen mit die Erfolge zu übernehmen. Jetzt machst du eine Vorschau draus hier, Simon. Anstreifen zu können. Ja, auch das, was er ja selbst gesagt hat und als Ziel formuliert hat für die nächsten Jahre oder als langfristige Ziele, ja. Ja, auf jeden Fall ein Name, auf den man weiter gucken muss und auch, weil er ja auch dann im Saisonverlauf eine weitere Rolle gespielt hat, auch nämlich kurz danach schon bei der Deutschen Meisterschaft in Heilbronn. Ja, wieder Dritter geworden. Ja, und spätestens da die Leute, die die Mitteldistanz verfolgen, aber vielleicht, wo Buschütten dann doch nicht vorgedrungen ist, sondern nur das Ergebnis von Jan Frodeno überschattet wurde und man sonst nicht in die Ergebnisliste geguckt hat, spätestens da haben die meisten dann mitbekommen, wer Ruben ist und gerade auch die Art und Weise, wie das Rennen verlaufen ist, zusammen Rad gefahren mit Sebastian Kienle und was viel überraschender ist, quasi kurz vor Sebastian Kienle aus dem Wasser gekommen, der dann irgendwie durch die Wechselzone gelaufen ist und wahrscheinlich gedacht hat, okay, ich muss auf jeden Fall mit dem Rad erstmal aus T1 vor Rubens Zippunke rausfahren, nicht, dass ich den verpasse und dem dann ganz schön irgendwie der Arsch auf Grundeis gegangen ist, als er gesehen hat, okay, der ist jetzt vor mir mit dem Rad aus der Wechselzone raus. Und ich glaube, für Sebastian war es auch, glaube ich, keine Überraschung. Der wusste, mit wem er es da zu tun hat auf der Radstrecke. Auf der Radstrecke, ja, auf jeden Fall. Aber er hat auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass Ruben schneller schwimmen würde als er. Also hat sogar Ruben selbst gesagt. Und sich natürlich auch gefreut, dass er dafür so eine Überraschung sorgen konnte. Und was ja auch bei ihm so ein bisschen eine Geschichte für sich ist, dass er nach anderthalb Jahren schwimmen irgendwie vor jemandem wie Sebastian Kienle aus dem Wasser kommt und in den Spitzengruppen mitschwimmt, auch später bei den Rennen. Ja, also eine sehr, sehr steile Leistungs- und Entwicklungskurve. Und ja, Heilbronn, aber auch noch, wo wir gerade bei Sebastian Kienle sind, das Rennen, wo er gezeigt hat, im Profifeld mit der schnellsten Laufzeit. Ja, Simon. Ja, dass er, dass er, ja. Es gab einen Agegrouper, der war schneller. Zwei sogar. Zwei sogar. Einer hat davon, sitzt mir gegenüber und hat Kopfhörer auf. Nee, aber genau. Also Sebastian Kienle, der das Rennen dann gewonnen hat, auch schneller gelaufen ist als seine direkten Konkurrenten und wo man dann gesehen hat, okay, also der muss sich jetzt keine Gedanken machen, dass er für die großen Highlights irgendwie nicht fit werden könnte und auch immer wieder betont hat, wie froher ist, dass er keinerlei Probleme in der Richtung mehr hat und auch sich keine ernsthaften Sorgen machen muss, dass die Verletzung nochmal aufbricht. Ja, und aus der Sicht für viele sicherlich dann weiterhin erfreuliche Entwicklungen, die da ja auch dann weitergegangen ist. Und auf der anderen Seite, was ja viel spektakulärer und dramatischer war, das Frauenrennen und auch den Jahresverlauf und die deutschen Hoffnung für die später großen Rennen irgendwie entscheidend prägen sollte. Laura Philipp, die in Führung lag, vom Rad abgestiegen ist als Führende, losgelaufen ist und ja, irgendwann dann im Livestream, was das Ganze ihrer eigenen Aussage nach ja auch natürlich nochmal deutlich schwieriger gemacht hat, ein Rennen aufzugeben, stehen zu bleiben. Ja, irgendwann dann anfangen musste zu gehen und zweimal noch probiert hat anzulaufen und man dann gesehen hat, okay, das sieht nicht gut aus und die wird das Rennen wahrscheinlich nicht beenden oder nicht laufend beenden und dann auch ausgestiegen ist und das letztendlich ja bedeuten sollte, dass die Verletzung so schwerwiegend war, dass sie ihren Start in Rot, den sie geplant hatte, weil sie schon qualifiziert war, durch Barcelona im Jahr davor absagen musste und sich das ja letztendlich so lange hingezogen hat, dass sie sich auch gegen oder auch kurzfristig gegen einen Start bei der 73-WM entschieden hat, die sie auch eigentlich sehr gern machen wollte, wo sie auch sicherlich als Radfahrerin gute Chancen gehabt hätte. Ja, schon verrückt, wie sich das dann so durchs Jahr entwickelt hat, ne? Also wenn man gerade bei den Frauen sich das anguckt, hat man gesagt, okay, da ist jetzt Anne Haug, da ist Laura Philipp, da ist Daniela Bleimehl, um Nummer drei zu nennen, die sich auf jeden Fall ja irgendwo aufeinandertreffen werden dieses Jahr und sich dann immer betteln werden. Ja, wurde nichts draus im Prinzip, ne? Ja, doch auf Hawaii. Ja, genau, aber übers Jahr gesehen, ne? Ja, genau. Dass die sich dann halt wirklich nicht begegnet sind mehr. Ja. Ja, und Daniela Bleimehl war letztendlich dann, also unter den Umständen wollte sie bestimmt nicht gewinnen, aber hat sich natürlich dann auch gefragt, wo die Führende hin ist und ist dann als Siegerin eingelaufen, deutsche Meisterin geworden. Ja, und das war doch schon ein relativ spektakuläres Rennen in Heilbronn, mit allen Facetten, die es dann hatte. Ja. Ja, Newcomer, Verletzungen, Comeback-Story. Hatte was. War viel dabei. Ja. Ja, das Frühjahr hatte noch ein bisschen mehr zu bieten, unter anderem, muss man jetzt im Nachhinein sagen, das einzige richtig erfolgreiche Rennen von Patrick Lange. Ja, das hätte er damals auch niemand gedacht, er ist in Vietnam, hat er gewonnen. Ja. Beim 70-3. Ja, auch Kontinentalmeisterschaft. Und wenn man so dann zu dem Zeitpunkt denkt, ja, wie kann das Jahr weitergehen, das ist der Auftakt zu was auch immer und es war letztendlich, wie du gerade gesagt hast, der letzte Erfolg in einem echten solchen Jahr für ihn. Ja, auch im Vorfeld, wie er gesagt hat, dass er wieder, okay, was heißt wieder, aber eine andere Taktik oder eine andere Rennplanung wählen wollte, als im Jahr davor und sich dann bewusst dazu entschieden hat, früh im Jahr mal zu reisen, ein anderes Rennen zu machen, ein Hitzerennen zu machen. Also die Konkurrenz war bei dem Rennen auch stark und letztendlich hat Patrick da gewonnen, weil er die schnellste Laufzeit am Ende hingelegt hat, in einer enormen Hitze und mit hoher Luftfeuchtigkeit, also eigentlich genau seinen Bedingungen. Auch sogar mit einer Reifenpanne, die er aber dann gehalten hat, also hat der Tubeless-Reifen dich gehalten. Ja, gute Überleitung, das war nämlich nicht immer so. Ja, klar, also wenn wir dann bei ihm jetzt durchs Jahr gehen, war natürlich, ja, zu Frankfurt kommen wir ja noch insgesamt, aber ja, das war ja, der Anfang vom Ende kann man fast nicht sagen, weil es ihm ja auf dem Rad schon schlecht ging, irgendwie dann noch einen Platten und dann, ja. Ja, aber trotzdem so Frankfurt, Nizza, Hawaii, die drei großen Rennen und ja, letztendlich quasi 0 aus 3, also alles wirklich Rennen, wo man ja sagen muss, also nicht nur, oder gehen wir mal davon aus, also selbst wenn Patrick 5. wird, dann ärgert er sich ja immer noch darüber, das ist ja auch nicht sein Anspruch. Aber das war ja jetzt in dem Jahr wirklich so, dass man, dass er auch selbst gesagt hat, er wird seiner Saison eine 5 geben. Ganz genau, ja. Und hätte dann eigentlich nur noch schlimmer kommen können, wenn er diesen 70-3 nicht gewonnen hätte, so nach dem Motto, oder sich noch verletzt hätte, also bis auf die Krankheit, sonst körperlich oder orthopädisch, ist er ja gesund geblieben. Das ist ja im Gegensatz zu anderen dann auch erstmal viel wert, aber ja, klar, von den Ergebnissen viel schlechter hätte es nicht laufen können. Die Frage ist halt, da können wir ja in seinen Kopf nicht reingucken, wie es ihm tatsächlich dann dabei ging, ob es für ihn dann jeweils enttäuschende oder überraschende Ergebnisse waren oder ob er insgeheim damit vielleicht schon gerechnet hat, man weiß es nicht. Ja, Frankfurt war natürlich bitter, weil das auch so ein bisschen durch die Panne bedingt war, auch wenn er gesagt hat, später hat er ja noch Magenprobleme und zwischendurch hat er sich schon nicht so gut gefühlt. Nach Nizza hat er ja ganz klare Worte gefunden dafür und seine Leistung als Kraut und Rüben bezeichnet und war dann auch so ehrlich und hart zu sich selbst zu sagen, er kann sich das nicht erklären und da gibt es nichts schönzureden. Und das ist halt die Frage. Ich könnte mir bei ihm durchaus vorstellen, dass es mehr Motivation als Verzweiflung war. Also dass das nochmal so für die letzten Wochen vor Hawaii eigentlich der Antrieb war, nochmal hart zu arbeiten. Also natürlich ist dann am Rennmorgen, wenn du da stehst auf Hawaii und dann weißt, du hast halt nicht dieses Selbstbewusstsein, was du dir durch die Ergebnisse holen kannst. Natürlich kannst du dir das leichter oder mit besserem Gewissen zu sagen, dass du fit bist, wenn du gegen andere und direkte Konkurrenten auch schon gewonnen hast. Aber für den Training oder für den Trainingseffekt und für das Training generell ist es immer eine große Motivation, glaube ich, wenn man Rückschläge erlebt. Also jemand, der das ja auch immer so offen sagt, ist ja auch Lionel Sanders und ich glaube, jeder, der Leistungssport generell macht, die wenigsten sagen irgendwie nach einer Niederlage, ich habe keine Lust mehr, ich lasse das komplett bleiben. Das ist vielleicht mal so eine kurzweilige Phase oder Einstellung und danach geht man dann schnell dazu über zu sagen, ey komm, jetzt erst recht. Oder zumindest sind das oft dann die erfolgreichen Leute, die diese Einstellung wiederfinden. Ja und ich meine, auf Hawaii konnte er dann am Ende ja nur noch verlieren und konnte nur noch eine falsche Entscheidung treffen, wenn er morgens im Hotelzimmer geblieben wäre, hätten alle gesagt, der kneift. Ja und wenn er so hat, hat er es probiert, dann sagen alle, warum startest du da, wenn du krank bist? Ja. Oder im schlimmsten Fall sagen sogar, du warst doch gar nicht krank, du hast nur geschauspielert, auch diese Vorwürfe gab es ja. Ja. Also wir, da hätte er nichts richtig machen können an dem Tag. Ja, das ist echt keine einfache Situation. Nee, in die wir uns auch alle gar nicht reinversetzen können, weil wir sind nicht Weltmeister und müssen dann zusehen, dass der Tag den Bach runtergeht. Ja, das ist wahr. Andere Athleten haben das Rennen ja quasi im Vorfeld dann abgesagt, zum Beispiel Andrus Zarikovic, der auch krank geworden ist. Da war es dann aber auch so ein Fall, da musste man keine Entscheidung mehr treffen, weil dann war dann klar, es geht gar nicht. Und bei Patrick war ja offensichtlich das Schwierige, so wie er im Nachhinein ja auch selbst gesagt hat, wenn du quasi schweißgebadet aufwachst und dich so ein bisschen fiebrig fühlst und das merkst und du hattest das vorher nie, dann kannst du es vielleicht im ersten Moment auch nicht einordnen. Also ist es Krankheit, ist es irgendwie Adrenalin, ist es Vorwettkampfstimmung und ja, dann lösen ja alle, wie es ist, auch mit irgendwie Schmerzen und Wettkampfadrenalin. Für eine Zeit lang geht das gut, ja, aber bei einer langen Distanz, wenn das erstmal aufbricht auf dem Niveau, dann kannst du natürlich nicht viel machen. Ja. Ja, umso gespannter. Wären wir wieder beim Ausblick, aber das sparen wir uns. Richtig, da gucken wir, wo es hingeht, ja. Ja. Ja, haben wir noch was Großes im Frühjahr? Wir hatten noch einen WM-Titel, der vergeben wurde. Richtig, ja, Langdistanz-WM, also vier Kilometer schwimmen, 120 Radfahren, 30 laufen. In Ponte Vedra, was die Heimat von Javier Gomez ist. Genau. Der letztendlich dann in seiner Heimat den Titel gewonnen hat und im Vorfeld schon gesagt hat, nach seinem Hawaii-Debüt 2018, er wird Hawaii 2019 nicht machen, aber sich die Chance nicht hat nehmen lassen, in seiner Heimatstadt um den quasi abgeschwächten Langdistanz-WM-Titel mitzukämpfen. Ja, aber auch irgendwie krass, ne, krasse Entscheidung dann zu sagen, irgendwie so, ja, ich mach das trotzdem. Ja. Warum? Weil ich das will. Ich will einfach in meiner Heimatstadt da an den Start gehen. Und es hat sich auch letztendlich ziemlich gelohnt. Also die Strecke musste verkürzt werden am Renntag, aber die Bilder, die man davon gesehen hat und auch die Javier Gomez selbst gepostet hat, also so viele Leute an der Strecke und so viel Unterstützung, ich glaube sowas, das ist auch ganz schwer, sich da reinzudenken auf der Ebene, wenn das dann das Heimrennen ist. Das ist immer was ganz, ganz Besonderes. Und ja, die Atmosphäre da, die erlebt man, glaube ich, ganz, ganz selten. Also das waren schon spektakuläre Bilder. Und ja, dass Javier Gomez nicht komplett abgeschlossen hat, mit der Langdistanz hat man dann später im Jahr auch gemerkt. Wir haben ja immer so gemutmaßt, was passiert weiterhin. Und ja, letztendlich hat er sich ja dazu entschieden, nächstes Jahr Tokio zu machen. Aber ja, auch ein möglicher Kandidat oder ein Kandidat dafür, sogar das Triple zu machen aus Olympia, 73, WM und Hawaii. Ja, ist schon verrückt. Wie ordnest du sonst so seine Saison ein, auch vielleicht zusammengefasst, was er danach noch abgeliefert hat? Und ich würde sagen, also danach, ich würde das vielleicht so einordnen, einmal die komplette Kurzdistanzsaison, weil die große Spekulation, die insgesamt bei uns und auch in der Szene war, wir haben ja im Podcast oft genug drüber gesprochen, war, kann er in dem Alter noch auf die Kurzstrecke nach einem Jahr Pause zurückkommen und da anknüpfen, anknüpfen, das ist auch wirklich für eine Medaille und ja, im Idealfall natürlich, er will die Goldmedaille. Das ist letztendlich der Titel, der ihm fehlt, ob es dafür noch reichen kann. Und ja, da waren wir, oder waren viele und ich auch, sehr positiv überrascht, was er abgeliefert hat. Also, da war jetzt nicht der ganz große Sieg irgendwie dabei, aber er war immer in Schlagweite und immer vorn dabei. Und man weiß, wie es ist, da entscheiden ein paar Sekunden, aber wenn da der ausschließliche Fokus kommt und das alles auf den Tag genau passt und letztendlich Olympia bei einem Format, wo, wie gesagt, Sekunden entscheidend sind, mischt die Karten halt auch neu. Und Javier Gomez war schon immer ein Kandidat, der über die olympische Distanz besser ist als über die Sprintdistanz. Das war auch dieses Jahr wieder so. Aber ja, das hat zum Beispiel dann auch im Sprintfinish gegen Gustav Iden noch Zweiter bei der WTS in Bermuda wird. Und ja, da hat er schon echt wieder Qualität bewiesen und dass es möglich ist, da den Ausflug auf Langstrecke zu machen und zurückzukommen und ja, so zu tun, als wäre man nie weg gewesen. Ja, das wird sich dann zeigen, wie der Plan am Ende ausgeht. Ja. Wir sind im Sommer angelangt. Ja, was für uns in Deutschland immer heißt, mittlerweile seit ein paar Jahren, die drei ganz großen deutschen Sommerlangdistanzen. Ja, wobei wir vielleicht noch einen kleinen Schlenker davor machen müssen, denn davor gibt es noch eine andere Meisterschaft. Ja, die Meisterschaft. Die Meisterschaft, The Championship in Chamorin, die Challenge, Meisterschaft. Ich finde es echt interessant, was da jetzt in den letzten Jahren daraus geworden ist. Also ich war damals bei der Präsentation, als es hieß, kommt nach Chamorin, wir haben was Großes zu verkünden. Und dann gab es eine riesen Pressekonferenz und so weiter und dann wurde vorgestellt, wir machen The Championship und wir wollen da die Besten antreten. Und ich weiß noch, dass viele mit der Stirn gerunzelt haben und gesagt haben, was soll das sein? Das ist keine Weltmeisterschaft, sondern The Championship. Soll das jetzt irgendwie Konkurrenz zu Hawaii sein oder beziehungsweise zur 73 WM? Was stellt ihr euch da vor? Und die haben gesagt, ja, lasst es euch mal auf euch zukommen. Und tatsächlich ist ihnen ja das schon gelungen, da eine sportliche Veranstaltung auf die Beine zu stellen, wo die Athleten Bock haben hinzugehen. Die spannende Rennen bietet, die auch was Besonderes hat aufgrund der Location mit der Pferderennbahn. Und ja, auch in diesem Jahr wieder ein spannendes Rennen, was auch so ein Fingerzeig war letztendlich. Ja, ich war letztes Jahr da zur Berichterstattung, dieses Jahr auch wieder. Und ja, ich kann das eigentlich genauso unterschreiben. Also die Entwicklung, die das genommen hat und wie es in der Szene auch ankommt, das hat sich dieses Jahr auch ein weiteres Mal bestätigt. Durchaus Sympathiepunkte sammelt das Rennen ja bei den Athleten und bei den Fans und Age-Groopern ja auch dadurch, dass es eine 20 Meter Windschattenbox hat, wofür sich ja auch viele Athleten immer wieder stark machen oder öffentlich dann auch betont, dass es einer der Gründe ist, warum sie an dem Rennen teilnehmen wollen. Und sicherlich auch dadurch, dass die Live-Übertragung extrem gut ist, also dass der Livestream da über die Jahre hinweg angekündigt wurde und dann auch da das Versprechen gehalten wurde, einen irgendwie stabilen Livestream, der mit den Kameras auch ausgeglichen von Männer- und Frauenrennen berichtet, auf die Beine zu stellen. Und ja, also so wie das letztendlich wieder angekommen ist, kann man sagen, das hat sich innerhalb weniger Jahre jetzt etabliert und das ist eigentlich so ein Rennen, auf das man kaum verzichten will, einfach weil es auch so günstig im Jahr liegt. Also es ist quasi der erste oder die erste große Zusammenkunft von den Weltklasseathleten über die Mittellistanz. Weil später im Jahr hast du dann die 73 WM, die hat erstmal einen höheren Stellenwert immer noch, das ist glaube ich ganz klar und danach ist Hawaii. Das heißt, es später ins Jahr zu legen, würde bedeuten, dass man wahrscheinlich nicht ganz so viele Topathleten in der breiten Masse aktivieren könnte. Und dafür ist es glaube ich so, als erstes großes Mitteldistanz-Sommer-Highlight auch einfach ein sehr guter Zeitpunkt. Und ja, dieses Jahr natürlich besonders dadurch, dass der Rennverlauf so spannend war wie, ja, in den Vorjahren war es ja immer dieses Duell zwischen, also bei den Männern, zwischen Lionel Sanders und Sebastian Kienle, zweimal zugunsten von Lionel Sanders. Und dieses Jahr sah es dann so aus, als wenn Sebastian Kienle schon vor dem Laufen eigentlich geschlagen wurde. Und ist dann mit mehreren Minuten Rückstand auf die Laufstrecke, auch in der quasi, also Peter Hemmerich ist rausgefahren und dann kam Sebastian Kienle auch erst bei den Verfolgern an siebter oder achter Stelle. Und hat man schon gesehen, okay, der müsste jetzt echt... Weil sein Schwimmen, glaube ich, das nicht so zusammengekriegt hat, wie er es heute, ne? Genau, hat es nach dem Schwimmen dann auch quasi nur geschafft, auf die nächste größere Gruppe aufzufahren, aber auch nicht wegzufahren und auch nicht den Führenden zu kriegen. Und ja, letztendlich war es dann so und das war, glaube ich, der euphorischste Jubel, den Sebastian Kienle vielleicht in den letzten Jahren seit seinem Hawaii-Sieg oder seit den 73-WM-Siegen hingelegt hat. Ja, er hat es dann letztendlich irgendwie noch hinbekommen mit dem schnellsten Halbmarathon des Tages in 1,11 und ein bisschen auf einer wirklich schwierigen Strecke mit mehreren Wendepunkten, vielen Kurven, Untergrundwechsel über Sand und über Gras. Und ja, das war sehr, sehr beeindruckend. Also da haben alle sehr gebannt verfolgt auf der Tribüne beim Livestream im Pressezentrum an der Strecke, ob das denn noch reicht. Also da wurde wirklich echt immer hochgerechnet und das war ganz witzig, weil ich war an der Strecke unterwegs, habe fotografiert und habe mehrere Male Luba Spielek getroffen. Und der ist der Trainer von Peter Helmerick, der das Rennen dann angeführt hat und der ehemalige Trainer von Sebastian Kienle. Und da hat man dann richtig gemerkt, wie er so ein bisschen in dem Zwiespalt war. Also er wollte unbedingt, dass Peter Helmerick gewinnt und gerade bei einem Athleten, der vielleicht international nicht diese Präsenz hat oder noch nicht diese Präsenz hat, ist so ein großer Erfolg, natürlich auch echt nochmal so ein Vorzeigesieg. Aber ja, da letztendlich war es dann auch eine sehr, sehr schöne Geste, als die sich gesehen haben und umarmt haben. Und Luba Spielek danach, das ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben, bei irgendeinem Post von Kienle kommentiert hat mit irgendwie, ja, du wirst aber ein Stück weit auch immer mein Athlet bleiben und auch wenn ich Peter den Sieg gegönnt hätte, freue ich mich für dich. Und ja, das war schon eine große Geste. Ja, also Kienle hat da einfach auch alles reingelegt. Er wurde dann im Ziel danach gefragt, den Wort laut der Frage weiß ich nicht mehr so, über was ihm durch den Kopf gegangen ist unterwegs und da hat er übersetzt gesagt, auf Englisch war das böse F-Wort da irgendwie noch mit drin, er würde lieber sterben, als hier nochmal Zweiter zu werden. Ja, genau. Und das zeigt, und das hat er ja noch im Ziel, als er da wirklich echt so rausgebrüllt hat irgendwie. Ich glaube, das war auch echt weit mehr als das, was da einfach rauskam, weil er da den Sieg geholt hat, sondern weil er einfach die ganze Saison, wo er nicht wusste, wie soll ich da überhaupt hinkommen und so weiter. Und dass er da jetzt einfach dann wirklich gesehen hat, gegen richtig, richtig starke internationale Konkurrenz, ich kann die in Grund und Boden laufen, das muss ihm unwahrscheinlich Aufwand gegeben haben da. Ja, er hat danach auch schon gesagt, letztendlich die Laufleistung vielleicht auch dadurch ein bisschen begründet, dass er auf dem Rad einfach nicht die Beine hatte, die er gerne gehabt hätte. Und ja, die Rechnung ist aber trotzdem aufgegangen. Also das meinte er danach ja auch, also dieses Selbstvertrauen, das er dadurch wiederbekommen hat, das war, glaube ich, auch mitentscheidend dafür, dass er in Frankfurt auch mit einer anderen Einstellung vielleicht an den Start gegangen ist, als wenn es da jetzt so schief gegangen wäre, dass er da meinetwegen, also er hätte ja nicht diesen Überlauf gehabt. Und ich glaube, da hätten, das müsste man jetzt genau ausrechnen, aber sagen wir einfach mal, es wäre nur zwei Minuten langsamer gewesen, dann wäre es vielleicht auch mal ein dritter Platz oder unter Umständen vielleicht dann auch nur ein vierter Platz geworden. Und das ist natürlich dann weit unter seinen Erwartungen. Und ja, von daher war das schon, ja, zumindest wenn man diesen Jahresrückblick jetzt in Bildern gestalten würde, wäre sein Zieleinlauf auf jeden Fall ganz, ganz vorne dabei. Ja, kommen wir zu den Sommerlangen-Distanzen. Ja, genau, denn da spielt Sebastian Kienle auch eine Rolle. Frankfurt war ja schon in dem Jahr schon sehr, sehr früh, eigentlich schon fast im, also angedeutet hat es sich schon im Jahr davor auf der Selfish Night, als Jan Frodeno in den Ring geworfen hat, ich starte in Frankfurt, wie sieht es mit euch aus? Und da, ja, Patrick Lange aufgefordert hat und Sebastian Kienle, der nicht da war, aber seinen Trainer Philipp Seifer da quasi aufgefordert hat, auch anzugeben, ob sie auch mit in den Ring steigen wollen. Das hat sich dann noch ein bisschen hingezogen, bis das letztendlich dazu kam und das alles festgezurrt war, aber irgendwann war dann klar, es kommt zu diesem Duell. Und das hat dann, ja, wie soll man es sagen, Jan Frodeno emotional aufgeladen, indem er gesagt hat, das ist für mich ganz klar, hier geht es um die Frage der innerdeutschen Ehre. Wer ist der Größte in Deutschland? Ja. Und da hat sich es echt drauf zugespitzt. Alle haben gesagt irgendwie, ich kann mich noch da gut daran erinnern, wie sich das wirklich, auch dieses Schlagwort, das haben wir natürlich gerne und dankbar aufgenommen immer wieder, aber das war es letztendlich auch. Keiner von denen hat zurückgesteckt und hat gesagt, ja, lass den Jan mal reden, wenn das für ihn um die Ehre geht, soll er machen, für mich geht es darum, hier zu validieren und Hawaii klar zu machen. Wobei, ich finde im Nachhinein auch nur mit Abstrichen. Also Patrick hat das Duell sofort angenommen, hat ja auch gesagt, in Frankfurt will er unbedingt auch mal gewinnen. Und ja, bei Sebastian Kienle war es ja doch eher so, dass er gesagt hat, okay, mir kommt es eigentlich entgegen, dass die beiden vielleicht jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung erstmal das Duell austragen und ich zwar schon dazugehöre, aber seine Aussage war, glaube ich, auch eher in die Richtung, also er traut sich dann eher eine 20-prozentige Siegschance zu. Genau, also das meine ich auch nicht, dass jeder gesagt hat, hier, ich haue das hier raus, aber letztendlich waren die, glaube ich, alle drei damit glücklich, sich da schon mal zu dem Zeitpunkt der Saison mal messen zu können. Ja, ja. Obwohl, wie es für Patrick war, weiß man nicht. Nee, das stimmt. Rückblickend, jetzt sind wir schlauer. Bei Sebastian ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass er erzählt hat, viermal ist er vor Frankfurt nur über 20 Kilometer gelaufen und dreimal davon waren die Mitteldistanzen. Also die Laufvorbereitung war jetzt alles andere als optimal gemessen daran, was man wahrscheinlich sonst trainiert hätte, wenn die Vorgeschichte und der Saisonverlauf eine andere gewesen wäre. Aber ja, dann natürlich im Rennen selbst ist ja so unfassbar viel passiert, dass man nochmal eine eigene Episode drüber machen könnte. Absolut, ja. Haben wir ja auch gemacht. Ja, ich meine jetzt nur, weil man ja auch weiß, wie das dann weitergegangen ist, aber das war, ja. Genau, kurz zusammengefasst müssen wir es dann aber vielleicht doch noch sagen. Ja, klar. Patrick Lange haben wir schon gesprochen, der letztendlich dann aufgegeben hat, aber es nicht aufgegeben hat, sondern ganz im Gegenteil sogar, aber mit dem Sieg nichts mehr zu tun hatte. Das war dann relativ zeitnah dann klar nach dem Radfahren und der aber dann gesagt hat, ja gut, ich muss das hier ins Ziel bringen, weil ich ja noch einen Ironman ins Ziel bringen muss und das auch gemacht hat. Aber vorne, das war natürlich unfassbar, Jan Fodenow ist vorne weggeballert, das ganze Rennen und für Kienle war es halt tatsächlich, ging es ja beim Schwimmen eigentlich schon so los, dass er in was reingetreten ist beim Landgang. Ja, erst nach dem Schwimmen, das Schwimmen an sich war ja für Kienle wirklich sehr, sehr gut. Also in der Spitzengruppe dabei gewesen, mit Patrick zusammen aus dem Wasser gestiegen. Das ist ja eigentlich das Wunschszenario, was er quasi haben kann. Also natürlich, wenn man es sich aussuchen kann, dann wird er fünf Minuten vor Jan aus dem Wasser kommen, aber gemessen an den Ergebnissen davor und an dem, was man sonst, oder die Spannbreite, die er sonst so hat, von den Rückständen auch, war das ja wirklich ein Rennen, wo man gesehen hat, uiuiui, also noch bestätigt. Ja, auf jeden Fall, wenn man dann sieht, was ihm dann noch alles, wie gesagt, beim Landgang hat er sich was in den Fuß getreten, wo er schon gemerkt hat, in Frankfurt sieht man ja, müssen sie ja relativ lang zu ihren Rädern hinlaufen. Da hast du dann schon gesehen, okay, da ist irgendwas. Und dann hat er auch schon versucht, daran rumzupulen mit schmerzverzerrtem Gesicht. Und hat er gesagt, okay, jetzt erst mal Rad fahren, um den Rest kümmern wir uns später. Und dann, ja, hat er dann unfassbaren Ritt hingelegt irgendwie, aber eben Jan von dennoch halt auch. Dann ist er erst dann ganz, ganz, ganz spät erst rangekommen, obwohl er noch einen schleichenden Platten hatte unterwegs. Der ihn dann aber dann, dank Cubeless, sage ich mal, wieder so zugedichtet hat, der Reifen, dass er halt eben das doch zu Ende fahren konnte und auch richtig Druck machen konnte. Nämlich so, dass die beiden eigentlich zusammen in die Wechselzone gegangen sind. Jan Froden nur noch vorher mit seinem Ausflug in die Botanik, einmal quer durchs Grün, durch den Straßengraben. Ja, unfassbares Glück. Diese Mini-OP in T2, die Sebastian Kienle, also wirklich sowas von kühlen Kopf bewahrt und smart agiert. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er ja quasi schon auf dem Rad organisiert, dass jemand direkt schon auf ihn wartet. Ja, vor allem, dass er das auch darf. Also, dass er im Vorfeld mit den Kampfrichtern abgestimmt, dass er da Support kriegen darf, wegen Medizin und so weiter. Und dass sie dann sagen, okay, das war dann genehmigt, da kam jemand. Aber auch da, ne? Also, ich glaube, es war eine Ärztin oder seine Täterin, die das gemacht hat, wenn ich mich richtig daran erinnere. Auch unfassbarer Druck, die Fernsehkamera hast und du musst da so eine Not-OP. Und das war echt ein solides Teil, was sie da rausgezogen hat. Ja, voll. Jan Frodeno hat noch kurz gewartet, hat geguckt. Auch spektakuläre Bilder. Erstmal geguckt, geht es jetzt überhaupt weiter? Was passiert hier jetzt? Ja, da war schon echt sehr, sehr viel los. Also, auch alle Facetten. Und beim Marathon, Jan Frodeno vorgelaufen. Sebastian Kienle, so um die Halbmarathon-Marke, rangelaufen sogar, dann noch ein Stückchen zusammen, bevor Jan Frodeno dann wieder davongezogen ist. Und dann klar war, okay, wie Platz 1 und 2 am Ende verteilt werden. Ja, aber auch da. Ein unfassbar heißer Tag. Ja. Und also eine Triathlonschlacht. Aber auch die Zuschauer haben auch mitgelitten draußen irgendwie in der Sonne. Und das war wirklich richtig brutal. Und die haben da ein Ding abgefeuert. Ja. Das war, also für mich auch persönlich, eins der Highlights dieses Jahr. Ganz definitiv. Ja, absolut. Da dabei gewesen zu sein, das war schon wirklich spektakulär. Ja. Auch die im Ziel, beide, so alle, also wirklich beide selten so zerstört gesehen danach. Das muss man echt sagen. Ja. Das hat richtig, richtig lange gedauert, bis die wieder auf die Füße gekommen sind. Mit Eis und Wasser und Arzt und das. Ja. Von Jan Frodeno, wer das Buch vielleicht von ihm gelesen hat, der weiß, dass er auch schon mal beschrieben hat, diese Zeit im Ziel, diese ganze Medienpräsenz, alles, was man da noch machen muss, das kalkuliert er quasi mit ein. Also es gehört noch zum Rennen dazu. Also das ist nicht Ziellinie zu Ende und dann ist Feierabend, sondern da geht es dann noch darum, weiterzumachen. Diese halbe, dreiviertel Stunde. Und wenn man dieses Wissen hat, wie wichtig das eigentlich für Jan ist und dass das auch noch Teil des Rennens ist, dann sagt es umso mehr aus, dass er dann wirklich erst mal da gesessen und halb gelegen hat und wirklich dann sich halt nicht hinstellen konnte und dieses Programm abgespult hat, sondern da waren dann auch echt alle Lichter aus. Seine Familie war auch da im Ziel. Ja. Weiß ich, habe ich so, glaube ich, vorher auch noch nicht gesehen, so nah dran, irgendwie in Deutschland zumindest. Bin mir nicht sicher. Ja, aber Papa hat erst mal flach gelegen und brauchte erst mal Eisbeutel. Ja, das hat sich alles so direkt vor der Fotografen-Tribüne abgespielt, sodass man so halben Meter vor einem das Leid haargenau gesehen hat. Und denen ging es echt nicht so gut, das. Nee. Ja, großes Spektakel. Ja, aber bevor wir zum großen Drama vom Frauenrennen kommen, noch Franz Löschke, der sich qualifiziert hat, der im Oktober davor gescheitert ist, um zehn Sekunden in Barcelona und eine der großen Überraschungen des Jahres, Tobias Strachler auf Platz vier mit der Hawaii Quali, alles auf das Rennen ausgelegt, quasi mehr oder weniger, ganz oder gar nicht. Und dann war es halt ganz. Ja, genau, das war halt dieses typische Rennen hinter dem Rennen, über das wir im Vorfeld und nachher auch gesprochen haben, was man auch beim Radfahren sehen konnte. Da war eine Riesenschlange von Leuten, die genau gesagt haben, lass die da vorne machen, was sie wollen. Hier für uns geht es um die Hawaii Quali. Und das haben sie auch hart ausgefochten da. Ja. Ja. Ja, und bei den Frauen, die, ja, eigentlich, wenn wir den Hawaii-Sieg und die Hawaii-Bilder, die natürlich immer viel, viel präsenter sind, mal ausklammern, die spektakulärsten Bilder des Jahres. Ja, leider auch dann eben total im Negativen. Sarah True. Sarah True, genau. Da habe ich auch echt lange drüber nachgedacht. Ich hatte sie vorher getroffen und für ein Interview habe ich mich lange mit ihr unterhalten. Und da hat sie auch gesagt, damals schon, ja, die Hawaii Quali, also wir haben natürlich viel über Hawaii gesprochen und haben gesagt irgendwie so, wie wird das wohl werden? Klar, als Vierplatzierte vom Vorjahr beim ersten Hawaii-Start. Ja, und dann haben wir aber auch gesagt, ja gut, jetzt muss es halt noch irgendwie, muss man halt noch klar machen, irgendwie so. Ist ja auch nicht einfach, aber sie hatte sich dann Neuseeland ausgesucht, glaube ich, ne? Das war das Erste. Nee, Kerns ist, glaube ich, Australien. Ja, ist Australien, genau. Ähm, schiefgegangen, ne? Auch schon auf eine ähnliche Art und Weise. Genau. Ist aber früher im Marathon, irgendwie Kilometer 15 bis 20 rum. Ja. Ähm, ja, auch da schon Probleme mit Flüssigkeitshaushalt und dann kollabieren und so weiter. Nicht so tragisch wie dann später, aber auch in der Form, dass sie so geschwächt war schon letztendlich beim Laufen, dass sie das Rennen auch nicht beenden konnte. Genau, und sie hatte mir damals schon gesagt, irgendwie so, ja, da soll es klappen und Plan B, aber der soll eigentlich auf gar keinen Fall eintreten, weil das finanziell eine Katastrophe wäre und auch überhaupt ihr nicht in den Kram passt, wäre dann halt Frankfurt, ja. Und dann tritt sie da an und macht das Rennen und, äh, wird schon auf der Ziellinie als neue Siegerin gefeiert. Ja, das heißt ja ganz genau, wir haben dann da gewartet, ist eine quälenlange Zeit zwischen Herrenfinish und Frauenfinish in der Sonne da gestanden, sind da weggebrutzelt und dann haben wir gesagt, so, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt können wir uns wieder, können wir die Kameras hochnehmen, jetzt geht's gleich los und die, ähm, die Einpeitscher, äh, im, im, auf dem Römer haben gesagt, jetzt, jetzt kommt sie, sie ist nur noch wenige hundert Meter, ne, Sarah True, unsere neue Champion, wenn sie hier ankommt, da machen wir gleich richtig Alarm, da wurde geprobt schon, äh, wie man sie gleich empfängt und so, ne. Ja, vor allem mit dem Wissen, was du hast durch das Interview mit ihr, dass sie gesagt hat eigentlich, also, sie will das ungern machen, weil sich das finanziell nicht rechnet und ein Risiko darstellt und dann liegst du bis Kilometer 41 und ein bisschen auf Platz 1, du bekommst das Preisgeld, du wirst dann quasi Europameisterin, du kriegst den Hawaii-Slot, du gewinnst eins der größten Rennen nach Hawaii und, ja. Also, das alles ist ja wirklich dann nicht nur zum, zum Greifen nahe, das ist ja quasi schon, bei jedem anderen Szenario, hätte man ja schon gesagt, das ist in trockenen Tüchern, also, das wäre so dieser Moment, wo Leute aus dem Fußballstadion gehen, weil es eben nichts mehr zu sehen ist. Ich muss gucken, dass ich rauskomme. Genau, dass alle pünktlich und an ihrem Auto sind und als erstes wieder nach Hause fahren können und, äh, ja, aber, ne, hier die, die Binsenweisheiten, das erste auf der Zielinier zu Ende und dauert 42,2 Kilometer, jedenfalls will die Strecke nicht so kurz ist. Ja, also, das Taumeln, was ich aber ja auch eigentlich, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwundert, waren die Bilder? Das haben wir nicht gesehen, das wurde nicht gezeigt, also, ähm, das war dann was, was man dann erst nachdenken, aber das wusste da am Ziel, wusste das noch niemand. Ja. Und dann aber die, das war ja auch ganz kurios, im Hintergrund haben auch die, ähm, die Sanitäter, äh, die das dann auch im Fernsehen gesehen haben, also die, die Einsatzleitung, sag ich jetzt mal, haben ja damals schon gesagt, äh, haben da schon gesagt, oh, oh, schick mal welche ins Ziel. Das, das so, ne, das, das wird gleich kritisch. Na, selbst wenn sie ankommt, äh, der geht's nicht gut. Ja. Ja, und dann ging's ihr aber so schlecht, dass sie's halt nicht mehr geschafft hat. Ja, ich hab jetzt auch nochmal gehört, weil von der Live-Übertragung natürlich mehrere Kameras auf der Strecke unterwegs sind und da in der Zentrale hin und her geschaltet wird, dass es eine Kamera gab, die auch noch im Sunny-Zelt bei Sarah True war und mir dann nochmal versichert wurde, es war die absolut richtige Entscheidung, da nicht mehr drauf zu bleiben. Ja. Ja, das war ja echt richtig übel. Das war ja wirklich in der Form, dass man sich fragen muss, wie viele Menschen das überhaupt können, in diesem Zustand noch überhaupt den Willen zu haben, da weiterzumachen. Weil das ja schon, also, wenn man kilometerlang es noch schafft zu laufen mit, äh, irgendwie Gleichgewichtsstörungen und da schon mehrere Male am Taumeln ist, stehen bleibt, immer wieder losläuft und halt auch noch in dem Zustand, also klar, jetzt im Nachhinein wird sie sich daran, oder hat sie ja auch gesagt, dass sie sich daran nicht mehr erinnern konnte. Aber das ist schon, wenn man sich da mal ausmalt, äh, dass das immer noch Entscheidungen sind, die man im Rennen treffen muss, da dann immer wieder anzufangen und dann auch gar nicht Hilfe zu signalisieren. Und selbst wenn man noch quasi in dem Moment, als sie zusammengeklappt ist, hatte sie ja quasi noch einmal dieses Verlangen, irgendwie weiterzumachen. Also, dass es auf der einen Seite irgendwo auf eine, ja, auf eine gewisse Art und Weise bewundernswert, aber auch echt extrem kritisch. Ja, es gab ja auch dann eben viele Diskussionen und wir haben das ja auch rauf und runter diskutiert, ähm, hätte man das anders angehen müssen, hätte man, äh, muss man da Athleten vor sich selber schützen und so weiter, ähm, ja, da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung drüber sein. Also, Fakt war, das war sicherlich einer der Momente dieses Jahr, ja, der, auf den wir echt gut hätten verzichten können, aber der auch so ein bisschen das geprägt hat auch, ne? Ja, umso bewundernswerter, dass Sarah True danach noch einen Versuch unternommen hat in Montremblanc und es dann doch noch geschafft hat, auch wenn das Rennen auf Hawaii dann alles andere als gut lief, aber, naja, also wirklich bewiesen mit dann quasi vier Langdistanz-Starts im Jahr, auch wenn, ja, davon nur zwei, ne, gar nicht wahr, nur eine Langdistanz ins Ziel gebracht, zweite geworden dann in Montremblanc. Ja, zeugt aber davon, dass sie auf jeden Fall viel Leidenschaft und Opferungsbereitschaft hat, weil nach der Geschichte und gerade mit dem Wissen, dass es ein paar Wochen vorher ähnlich war, überhaupt noch in dem Jahr weiterzumachen, das, äh, ja, hat schon Respekt verdient. Ja, da darf man dann, ähm, tatsächlich jetzt gespannt sein, wie es da für sie weitergeht. Ja, ist ja, glaube ich, auch schon 37 oder sogar 38, ja, also so viele Jahre auch potenziell bleiben auch nicht mehr, um vielleicht nochmal aufs Podium zu kommen auf Hawaii. Wollen wir noch eine gute Überleitung zur nächsten Langdistanz machen? Ja, ja, Daniela Bleimehl ist bei dem Hitzerennen in Frankfurt auch nicht ins Ziel gekommen und hat dann spontan für Rot nachgemeldet. Ganz genau. Und, äh, das war jetzt natürlich immer klar, das ist das immer das nächste große Highlight an sich schon im Rennkalender, aber auch in diesem Jahr, ähm, also bei den Männern absurd stark besetzt. Es waren wie viele, die beim vorherigen Hawaii-Rennen unter den Top Ten waren? Ich glaube sechs. Sechs, ja. Ja, sechs Athleten aus den Top Ten von Hawaii, die, ähm, sich in Rot betteln wollten. Und, ähm, ja, das war, naja, wie soll man sagen? Das war, ähm, überraschend, kann man nicht unbedingt sagen. Auch da haben irgendwie bei der Pressekonferenz alle gesagt, irgendwie so, ja, wollen wir mal gucken, irgendwie, ich könnte mir schon mal vorstellen, was zu zeigen und so, aber es gab keinen so richtig glasklaren Favoriten im Vorfeld, ne? Wo man gesagt hat, so, ja, wenn alles glatt läuft, dann gewinnt er das richtig. Gewonnen hat, Andi Dreitz. Andi Dreitz, sein Heimrennen. Ja, und, ähm, das auch, äh, ja, das hat er halt auch durchgezogen und das war natürlich auch ein Spektakel. Also da auch irgendwie, weil dann natürlich, das ist in Rot halt immer so, das ist auch keine Floskel oder dahingesagt, da steht halt wirklich, stehen halt alle dahinter, hinter dem Rennen an sich und wenn dann jemand aus der Region da abliefert, dann ist das, dann brennt da einfach das Stadion. Weil wir vorher dabei waren, das ist sicherlich auch nochmal höher zu bewerten als der Sieg von Gomez in seiner Heimat, weil in Rot ist per se erstmal schon die beste Stimmung. Ja. Und wenn man dann da, äh, überhaupt in seiner Heimat an den Start gehen kann und wahrscheinlich überall auf der ganzen Strecke angefeuert wird und dann als erster, in dem muss man ja dann echt sagen, Stadion einlaufen kann, ähm, ja. Ja, das wird er nicht mehr vergessen. Ja, also, Grotziger, ne, das ist halt was, was in deiner Vita einfach drinne steht, ne, das ist, das ist, ähm, wäre vollkommen egal gegen wen auch und so, aber der hat sich da wirklich, ja, gegen, ja, auch gegen Bären starke Konkurrenz durchgesetzt, also das war, ja, äh, ein Riesenspektakel, ja und bei den, bei den, äh, bei den Frauen war es ja auch hart umkämpft letztendlich. Ja, hat sich das so ein bisschen umgedreht, ne, hat es, äh, Lucy Charles dann geschafft und, ähm, Daniela Bleimehl auf Platz 3. Mit einer besseren Zeit aber. Als im Vorjahr. Als bei ihrem, äh, als bei ihrem Sieg, ja. Als, äh, ja. Also sie hätte ihre, bei ihrem Sieg hat sie ja deutschen Rekord auf Verlangen Distanz aufgestellt, hätte sie unterboten, wenn ihr nicht Laura Philipp zuvor gekommen wäre. Ja. Ja, also da war, äh, da war schwer was los, ähm, und. Ja, da, auch da wieder, um, äh, vorauszuschauen, das ist natürlich immer das, was jetzt auch interessiert, ne, wer macht Frankfurt, wer macht Rot, wer macht Hamburg. Wer macht den verfrühten Hamburg-Termin. Das erste Mal, wo Hamburg nicht nur eine Notlösung sein könnte, sondern wo man auch sagen kann, es ist ja dann, Hamburg macht ja auch den Auftakt 2020. Ja. Also wirklich mal attraktiv für alle im Umkreis, weil ähnlich kurze Wege wie Frankfurt, früher Termin, mal schauen, wen es an die Startlinie zieht. Genau. Und damit sind wir auch, äh, in Hamburg angelangt letztendlich. Äh, in diesem Jahr. Du warst vor Ort. Ja, genau. Und. Und hast auch ein hartes Scheitern erlebt. Ja, also, das war auch echt, äh, sowas macht einen, äh, oder macht die Leute in der deutschen Triathlon-Szene ja echt persönlich betroffen mittlerweile. Also, äh, ja, es war der Tag der Relats in der Mehrzahl, muss man sagen, wobei man im Vorfeld auch schon mit den Zielsetzungen damit rechnen konnte, dass, äh, wenn es wahrscheinlich jemand schafft mit dem Sieg und, äh, mit der Hawaii-Quali, was auch bedeutet hat, man hätte das Rennen gewinnen müssen. Oder man musste das Rennen gewinnen. Ähm, ja, dann war es Andreas Relat. Und das sah lang halt auch echt gut aus. Also, äh, Christian Högenhaug, ähm, überraschend, äh, auf dem Rad davon gefahren. Junger Däne als Erster auf die Laufstrecke und dann mit ein paar Minuten Rückstand, ähm, Andreas Relat zusammen mit Rüdi Wild und dann ran gelaufen und, äh, auch Zeit gut gemacht. Und wir saßen auch im Pressezentrum, standen an der Strecke, haben dann hochgerechnet, kann das noch reichen? Wann wird er ihn überholen? Wird er ihn überhaupt überholen? Und, ja, wie gesagt, es sah gut aus. Es sah ganz gut aus, ne? Irgendwann hat man da nur noch, ähm, gesehen in den Übertragungsbildern, wie er quasi sich nur noch über die Strecke geschleppt hat, irgendwie sich auch, ähm, so ein bisschen an Bauch und Seite gefasst hat. Und deswegen wussten wir in dem Moment auch nicht, ist das eine Verletzung, die aufgebrochen ist, ähm, was ist da letztendlich los? Und dann ist es ja so schlimm auch gewesen, dass er, äh, kollabiert ist und dann kurz am Straßenrand lag und dann ins Krankenhaus auch gefahren ist, weil er ein paar Erinnerungslücken hatte. Ja, und trotzdem, äh, das ist sicherlich auch eins meiner persönlichen Highlights, ähm, als wir dann nachgefragt haben, wie geht's ihm denn? Und das ist ja erstmal viel, viel wichtiger als alles andere. Und mein, meine Aussage dann war, ja, okay, dann, also, dann seht mal zu, dass Andi wieder auf die Beine kommt und dann verschieben wir das mit dem Interview. Termin morgen. Ja. Und dann war nur die Aussage eine Stunde später, Andi geht's deutlich besser und das Interview morgen nimmt er natürlich wahr. Natürlich. Und dann, äh, selbstverständlich. Du hast ja einen Interviewtermin mit Andreas Rehlert und nicht, ne, hallo, das ist doch klar. Ja, also, es war echt, also, echt verrückt. Wir haben mit vielem gerechnet, aber damit auf jeden Fall nicht. Dann haben wir ja noch das, das relativ lange und ausführliche Interview gemacht und das war, ja, auch, ähm, im Endeffekt übers Jahr gesehen bei Andreas Rehlert. Und einmal mehr jetzt hintereinander ein hartes Jahr. Also, in Lanzarote gut dabei gewesen, hat's nicht gereicht. In Hamburg gut dabei gewesen, hat's nicht gereicht. Und, ja, sich aber jetzt dazu entschieden, ein Jahr macht er noch. Ja. Und, äh, ja, dann hoffentlich mit einem versöhnlichen Ende und einem Hawaii-Start im Oktober. Ja, für, also ihm, also, bei Neutralität, aber ihm persönlich ist das natürlich zu wünschen. Also, ähm, und, ja, ich find's auch, ich find's auch sehr beeindruckend, weil es ist halt tatsächlich, natürlich kann man da auch immer dann in, ähm, sich zu Kommentaren verleiten lassen und sagen, ja, war wieder nix irgendwie so, ne. Aber das greift halt alles viel zu kurz. Das greift viel zu kurz bei ihm, ne, das ist es halt. Und genau darüber haben wir ja auch ganz ausführlich mit ihm gesprochen und das ist schon alles nachvollziehbar, warum er die Entscheidung trifft. Und, ja, auch da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Und bei den Männern, der Zieleinlauf von Christian Högenhaug, sicherlich einer der emotionalsten des ganzen Jahres, mit Freudentränen, so überrascht, äh, wie man eigentlich nur sein kann. Ohne Sponsoren auf dem Einteiler, weil er bis dahin wirklich auf der Ebene, ähm, ja, überhaupt nicht bekannt war. Also echt nur szeneintern. Auch schon vorher Top-Resultate abgeliefert, aber dass es dann da für ein Ironman-Sieg reicht, äh, war im Vorfeld nicht unbedingt abzusehen. Und, äh, ja, bei den, bei den Frauen sicherlich, ähm, so mit in Erinnerung geblieben bei uns. Das ist das Comeback von Julia Gaia, dann als deutsche Meisterin auf der, auf der langen Distanz bei den Männern hat dann ja Paul Schuster gewonnen. Ähm, und, ja, dann die Frage, ob sie den Hawaii-Slot direkt annimmt. Dann die Aussage, dass, äh, sie das quasi nicht macht und das Vorhaben verschiebt, weil sie, wenn sie auf Hawaii nochmal antritt, das auch mit einem besseren Gewissen im Vorfeld machen möchte und mit einer höheren Zielsetzung. Und dann alle damit gerechnet haben, okay, dann macht sie wahrscheinlich ein spätes Rennen, will die Quali früh lösen und dann gegen Ende des Jahres, äh, die Meldung, dass sie die Karriere beendet und, äh, sie das mit den Ansprüchen, die sie hat und dem, ja, jungen Dasein als Mutter einfach nicht in der Form verbinden kann, dass sie das Gefühl hat, beidem gerecht zu werden. Ja, also nach der Aussage in Hamburg sicherlich überraschend. Ja, aber nichtsdestotrotz, äh, ein Comeback, was sie ja auch persönlich nochmal sehr gefreut hat. Ja, auf jeden Fall, glaube ich ja auch, äh, das, das hatten wir ja auch schon, das Thema, ähm, klar, liegt bei einem Jahresrückblick nahe. Nein, aber dass das für sie, äh, denke ich mir, auch eine, eine gute Situation letztendlich ist, zu sagen, irgendwie so, ich hab's mir selbst und ich hab's allen anderen gezeigt, dass ich das nochmal drauf hab, da nochmal wieder zurückzukommen in die, in die Weltspitze. Und, ähm, damit ist dann auch gut. Ja. So. Genau. Jetzt hier, wir müssen fahren Überleitung zu Überleitung. Womit wundern nicht, jetzt hab ich's versaut, wir bleiben in Hamburg. Genau, in Hamburg, äh, traditionell WTS und Mixed Team Relay WM. Und da sicherlich eher im Fokus oder, ja, letztendlich ja deutlich im Fokus gewesen, äh, die Team-WM, nicht nur, weil nächstes Jahr zum ersten Mal das ein olympisches Format ist, sondern weil die Deutschen überraschend gut abgeschnitten haben. Vize-Weltmeister geworden in einem echt spektakulären Rennen und wer hier schon mal in Hamburg war, da brennt wirklich der Rathausmarkt. Also, das ist echt eine Stimmung, die, ja, das, äh, oder? Platz, Markt, oh Gott. Rathaus, Marktplatz. Ja. Also, es ist echt, ähm, ja, wer, wer dabei gewesen ist, vielleicht auch dieses Jahr, als dann klar war, okay, die Deutschen greifen nochmal an und dieses Überholmanöver oder dieses taktische Agieren von Justus Nieschlag beim Schwimmen dieser Lücke unter allen Umständen zu Vincent Louis, ähm, dann quasi beim vierten Staffelteilnehmer, also auf der letzten Runde zuzuschwimmen, dann zu zweit gemeinsame Sache zu machen und damit alle anderen so zu distanzieren, dass quasi klar ist, dass es erstmal nur noch um Platz eins und zwei geht, also mindestens, äh, silbersicher ist. Das war, ja, für auch die Zuschauer so überraschend und, ja, alle waren so euphorisch, äh, dass da die Stimmung auch, äh, noch besser war als sowieso schon. Und, ähm, ja, sicherlich auch ein Erfolg, mit dem die Athleten selbst, ähm, nicht unbedingt vorgerechnet hätten, was auch nicht die Zielsetzung war. Wir haben ja auch mit Fahres Al-Sultan nochmal gesprochen, der gesagt hat, okay, wenn wir Platz fünf machen, dann ist das absolut okay. Und, äh, danach haben wir ja auch nochmal das komplette Team interviewt, ähm, und die auch alle gesagt haben, das war für die natürlich eines der absoluten Karriere-Highlights bisher. Ja, einmal im Heimatland mit der Atmosphäre und dann Vize-WM-Titel und gerade nur im Hinblick darauf, äh, dass das Format ja nochmal an Aufmerksamkeit und, äh, auch einfach an, ja, an Präsenz generell gewinnen wird über die nächsten Jahre. Nicht nur nächstes Jahr macht das ja nochmal umso bedeutsamer. Es ist nicht nur dieses eine Format, was noch nebenher existiert, sondern es ist halt jetzt mittlerweile auch echt eine große Nummer. Ja, und vor allen Dingen auch, dass, äh, dass da echt mal wieder richtig positive Schlagzeilen, äh, bei rausgekommen sind, ne, und, äh, ja, genau zum richtigen Zeitpunkt im Prinzip, ne, weil das hat, finde ich, so, auch im Bewusstsein so den, den Startschuss gegeben. Also auch schon vorher war ja klar irgendwie, als es dann mit guten Resultaten darauf hinaus lief, ähm, wir haben dann eine Chance, so, ne, dass, dass, dass wir da eine Quali hinkriegen, ähm, fand ich es dann, äh, letztendlich so als Startschuss ganz, ganz, ähm, bedeutsam, dass man sagen kann, okay, und jetzt sind wir ready für Tokio. Du sagst, genau, du sagst das, mitentscheidend dafür, dass es die beiden Startplätze für die Olympischen Spieler letztendlich gab und damit die Quali gesichert wurde, ja, und auch so ein bisschen stellvertretend dafür, dass es ja dieses Jahr insgesamt auf der Kurzdistanz in Deutschland wieder einen absoluten Aufschwung gab, sowohl in den Einzelrennen als auch jetzt im Team und, äh, dass ja die Entwicklung ist, die man im Vorfeld nicht absehen konnte, wo man eigentlich neutral draufblicken musste und gespannt sein konnte, in welche Richtung das geht und, ja, was sich über das Jahr wirklich sehr erfreulich entwickelt hat und wo in den nächsten Jahren auch, äh, an Athleten und an Talent ordentlich was nachkommt. Ja, und, ähm, das ist natürlich tatsächlich auf der, auf der Kurzdistanz ja, wie du es schon auch gesagt hast, dass auch ja auch andere Ergebnisse dann auch, äh, dann aufgepoppt sind im Weltcup und, äh, dass auch alles, um auch wieder in, in die Zukunft zu gucken, dann ja auch jetzt im, im nächsten Jahr darin gefilmt wird, dass wir noch, ähm, eben das Quali-Event haben, ja, ähm, ähm, wo dann eben die Einzelplätze noch vergeben werden, beziehungsweise die, die noch, äh, ja, die noch, ein, ein Mann, eine Frau wird noch gesucht. Ja. Für Tokio und, äh, da bleiben wir natürlich auch dran. Das wird aufpassbar gut. Ja, das ist gut. Ich freue mich da so drauf. Ja, ich auch. Das wird richtig, richtig spannend. Ja, was, was gab's noch im Sommer? Wir können's ja eigentlich relativ im Sommer noch kurz machen. Es gab noch die 73 EM in Dänemark, die insofern sehr spektakulär war, dass, äh, es einen Überraschungssieger gab, beziehungsweise eine Titelverteidigung von Rodolfo von Berg, die aber insofern spektakulär war, dass das Feld nochmal deutlich besser war und dass Javier Gomez am, am Start war, der nur 10 Sekunden hinter ihm ins Ziel gekommen ist. Ich war ja auch selbst bei dem Rennen am Start und würde im Nachhinein trotz Cosumel sagen, es war mein bestes Rennen und, äh, ja, das war schon insgesamt als Veranstaltung sehr, sehr cool, aber das Rennen bei den Profis, wer das vor Ort da verfolgen konnte und die Aufholjagd von Gomez mitbekommen hat, wo dann auch klar war, okay, das wird eine richtig ringig, enge Kiste und das, ja, quasi ganz knapp einen Endspurt vermieden, also noch gerade so auf Distanz gehalten mit, äh, 500 Meter vom Ziel nochmal umblicken und so, ähm, ja, das war auch so ein bisschen, wenn man das Jahr insgesamt nochmal so Revue passieren lässt, eine der großen Überraschungen, die Konstanz auch von Rodolfo von Berg, ähm, mit späteren Ergebnissen, davor auch schon mit insgesamt vier Ironman 70-3 Siegen, ähm, ja, sicherlich jemand, der sich dieses Jahr nochmal mehr hervorgetan hat, als, äh, letztes Jahr auch schon, also, der ist jetzt, denke ich, überall abgespeichert auf der Mitteldistanz. Ja, und bei den Frauen, Sieg von Holly Lawrence und auch da, wenn man es aufs ganze Jahr bezieht, muss man sagen, vier Kontinentalmeisterschaften in einem Jahr gewonnen. Die hat abgeliefert, ja. Die hat richtig abgeliefert, also das gab es vorher auch noch nicht und, ähm, ja, sehr, sehr eindrucksvoll, gerade, also auch bei beiden, die, die früh im Jahr angefangen haben, Rennen zu machen und, äh, auch dann nach ihren Highlights, sprich für beide 70-3 WM, auch noch Rennen gemacht haben, auch noch gewonnen haben, also es echt geschafft haben, das ganze Jahr über auf einem extrem hohen Niveau, ähm, Rennen zu bestreiten und zu gewinnen. Ja. Ja. Was sonst noch Spätsommer ist, bevor wir zu den letzten beiden großen Highlights kommen, ähm, ist auch nochmal Kurzdistanz. Die erste Austragung von den Finals. Genau, in Berlin. Ja. Ähm, große Bühne auch nochmal für, für die kurze Stanz. Die es nächstes Jahr wiedergeben wird. Genau, in welchem genauen Format noch nicht, äh, noch nicht ganz festgelegt, aber, ähm, genau, dieses Jahr in, in, in Berlin, ähm, ja, kannst du was auch da sagen zur Einschätzung? Das war ja letztendlich, ähm, die große Diskussion, das hattet ihr ja auch lange, ne, ähm, eingebettet in das Bundesliga-Format, ähm. Hat sicherlich für und wieder, großer Sport war es auf jeden Fall. Ja, ja, sehr geteilte Meinung. Also, ich glaube, im Grundsatz ist es immer erstmal gut, wenn es die Bühne überhaupt gibt, gerade für Randsportarten wie Triathlon und auch die anderen Sportarten, die da mit stattgefunden haben. Ich glaube, insgesamt von einer solchen Veranstaltung und von der Art und Weise der Austragung kann man nur profitieren. Wie die genaue Umsetzung ist, daraus hat man eventuell gelernt. Und, äh, die geteilte Meinung, die geteilten Meinungen heißen ja auch nicht, dass jetzt jemand recht hat, ähm, und der andere nicht. Also, die Wahrnehmung ist halt auch unterschiedlich, je nachdem, welchen Standpunkt man hat und von, von wo man kommt. Ähm, also sicherlich ist es für jemand, der aus der Triathlon-Szene kommt und das seit Jahren verfolgt und selbst aktiv ist und so weiter, ähm, selbsterklärend mit dem ganzen Verfahren in den Bundesliga-Rennen integriert und so weiter. Ähm, für andere vielleicht nicht. Wir müssen die Diskussion jetzt nicht wiederführen, aber, ja, von, von der sportlichen Komponente her war es auf jeden Fall schön zu sehen, dass die deutschen Topathleten, ähm, die Gelegenheit genutzt haben, das Rennen zu bestreiten. Einfach, um sich auch medial hervorzutun, um die, ja, Gelegenheit zu haben, diesen Titel, der dann ja auch letztendlich dadurch größer wird, dass die Aufmerksamkeit größer ist, ähm, da, da dann mitzukämpfen, äh, zum Rennen selbst. Am Ende gab es ja noch einen relativ spektakulären Endspurt bei den, äh, Männern zwischen, äh, Jonas Schomburg und Valentin Werns, was quasi so ein bisschen an Radsport erinnert hat, wo dann beide kurz vorm Ziel nochmal rausgenommen haben, sich umgeguckt haben und geschaut haben, wer zuerst lossprintet. Also, das sieht man auch sonst, äh, sehr, sehr selten. Und natürlich Justus Nieschlag, der in einer sehr, sehr guten Ausgangslage... Jetzt hab ich schon wieder Gänsehaut. Ja, er sich selbst, äh, quasi verletzt hat, beim, äh, Radabstellen und, äh, ja, sich da, das, wie war's, das, das Vorder- oder Hinterrad in die Zehen. Ja, sein, 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 seinen Zeh, seinen großen Zeh ins Vorderrad gekriegt. Ja, genau. Und, äh, hat sich den luxiert, also ausgekugelt im Prinzip und dabei einiges, äh, kaputt gemacht und auch wirklich die Bilder, wie er noch versucht, irgendwie seinen Schuh anzuziehen und dabei... Ja, und sogar noch kurz loszulaufen und dabei erst merkt, dass das nicht passt, wenn der, wenn der große Onkel so zur Seite guckt. Ja, und vor allem dann auch die, die, dieser Ärger und dann halt so schlimm auch über sich selbst in dem Fall, ne, also, quasi da, da läuft gerade der, der deutsche Meistertitel weg und man hat irgendwie selbst Schuld und er meinte dann nachher auch, er ist so enttäuscht irgendwie und frustriert über seine eigene Dummheit mehr oder weniger. Und was natürlich auch bitter war im Nachgang, äh, dadurch, äh, Saison quasi gelaufen, ja, äh, nicht am Olympia-Test-Event teilgenommen, die direkte Quali damit verpasst und... Die an Jonas Schomburg, äh, Schomburg, ging, ähm, ja, das hat ihn auch, ähm, das hat ihn auch echt beschäftigt, also, weil, weil er gesagt, also, im, gar nicht so im, 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 direkt, da war er viel zu sehr mit seiner Verletzung, äh, äh, beschäftigt, aber dann im Nachhinein so, ne, das, ähm, ähm, ja, auch dann jetzt letztendlich im Oktober dann die Saison beendet, äh, um zu sagen, okay, jetzt volle Konzentration, ja, aufs nächste Quali-Event. Ja, weil wir gerade da waren, das Olympia-Test-Event, auch spektakulär, einmal, weil die Strecke bei den Frauen verkürzt wurde aufgrund der Hitze, was wiederum, wo wiederum dieses Jahr schon Fingerzeig war, wir können gespannt sein, was nächstes Jahr da passiert, ähm, ja, und natürlich bei den Frauen dadurch, dass, äh, es quasi zwei Siegerinnen gab, die Hand in Hand und über die Ziellinie gelaufen sind und dann beide desqualifiziert wurden, im Nachhinein, ähm, das gab's vorher nicht, das wird's wahrscheinlich auch nicht wieder geben. Ne, das haben jetzt alle mitgekriegt, glaube ich, dass das nicht gut ist. Das glaube ich auch. Ja. Ja, also, das waren auch spektakuläre Bilder, war für viele Nationen, äh, eigentlich als Qualierin geplant, dadurch, dass die Strecke bei den Frauen verkürzt wurde, wurde von den meisten Nationen die direkte Quali, ähm, zurückgenommen, ähm, ja, für Deutschland, für Deutschland nicht. Laura Lindemann auch direkt qualifiziert und, äh, ja, aber am Ende des Tages war's nur ein Test-Event, nächstes Jahr zählt's. Ganz genau. Ja. Und wenn ich das richtig sehe, sind wir jetzt bei den fast am Ende angekommen. Ja, man könnte natürlich noch so über so vieles sprechen, man könnte über, äh, Boris Stein, äh, das, über das Comeback von Boris Stein sprechen, ne, der sich, der sich, der sich da sensationell qualifiziert hat, äh, über Anne Hauck haben wir schon gesprochen. In Kopenhagen, ja. Die in Kopenhagen, äh, das Ding gelöst hat. Ähm, Jan Frodeno bei seinem Geburtstagsstart im Allgäu-Triathlon, beim Allgäu-Triathlon, über die Kurzdistanz mit, äh, Arschbombe auf der zweiten Schwimmrunde und, äh, Rad hochschieben, den Kuhsteig hoch, äh, vom führenden Radfahrer und, ja. Da hat er, da hat er jetzt nochmal gesagt, da hat er sich hart verzockt, äh, als er die, äh, als er die Idee im Kopf geschossen ist, oh, ich schieb sein Rad hoch, hat, fand er das noch, fand er das noch, fand er das noch gut, dann hat er aber gemerkt, dass das so ein altes 20 Kilo Mountainbike ist und da ist er hart an seine Grenzen gekommen. Da hatte er 6,5 Millimoll stehen und dann fand er die Idee gar nicht mehr so gut. Nee, das war, das war anstrengender, als er gedacht hat, als er das dann da hochgeschoben hat, auf jeden Fall, ja. Ja, dann kommen wir, kommen wir zur 73 WM. Ja, also, wir sind im Spätsommer angelangt, ja. Ja, also, ja, absurd, also, absurde Geschichten, 73 WM war ja wirklich mit allem, was dazugehört, das, also, wenn ich so überlege, das ganze Jahr, also, mit, mit Frankfurt, mit dem Jahr von Anna Haug, was da alles passiert ist, also, es ist ja alles, es ist, teilweise Geschichten, die kann man sich absurder gar nicht selbst ausdenken, wenn man die Wahl hätte. Ja, also, jetzt, insbesondere bei Gustav Iden, der im Vorfeld, eine Woche nach dem Grand Final, wo er dann Vierter geworden ist, Christian Blumfeld sein erstes WTS-Rennen gewonnen hat, eine Woche danach in Nizza gestartet ist, kein Zeitfahrrad hatte, aus dem einfachen Grund, weil er keinen Sponsor hatte. Weil er keins hatte. Genau, weil er keins hatte. Und, wo man dann im Nachhinein auch gesehen hat, zwei Tage vorm Rennen, dann noch Extensions und so umgeschraubt, alles, die Sitzposition nochmal verändert. Als ich mit den beiden unterwegs war, er mich noch gefragt, ja, ich hab keinen Zeitfahrhelm, Oakley hat das nicht hinbekommen, kennst du irgendwie eine Athletin, die am Vortag startet und mal eine Größe haben könnte? Ich so, ey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, geh auf die Expo und hol dir einen. Ja, ich kann doch jetzt kein Geld dafür ausgeben, das will ich nur wirklich nicht. So, Alter, die Chance, dass du so viel TV-Präsenz hast, ist echt nicht schlecht, jeder wird dir einen Helm geben. Ja, meinst du echt? Ja, starte nochmal einen Instagram-Aufruf und sonst frage ich mal. Ja, dann nachgefragt, auf der Messe einen Helm bekommen tatsächlich und die ganze Kombination, dass er das Rennen dann echt noch bei den Umständen gewinnt und das Ganze im Nachgang mit der Kappe auch noch, dass er einfach random irgendeine Kappe trägt, die er in Tokio beim Test-Event auf der Straße findet. Da hat er echt Glück gehabt, dass da nicht drauf stand, was auch immer. Setzen Sie hier den Spruch ein, der dann besser nicht drauf gestanden haben könnte. Ja, hat er Glück gehabt, kann man mal machen. Ja, aber echt, also er hat ihm jetzt quasi auch nur den wahrscheinlich sehr großen Sponsoring-Deal mit Giant eingebracht. Wenn es denn so ist, ja. Der ist jetzt ein Star in Taiwan. Aber nicht nur in Taiwan, auch in der internationalen Triathlon-Szene auf mehreren Distanzen, muss man ja jetzt sagen. Ja, aller spätestens jetzt. Bei vielen auch schon vorher, aber das war natürlich für ihn der absolute Durchbruch und er selbst meinte ja auch, ihm war gar nicht klar, was das bedeutet und es ist ihm danach erst irgendwie bewusst geworden, was das alles für Ausmaße hat. Aber ich finde das einfach, wir hatten das schon häufiger, aber es ist einfach großartig, da startet irgendwer einfach in seinem norwegischen einheimischen Einteiler, irgendwie kümmert sich nicht um Zeitfahrhelm, fährt mit dem Ratter und setzt irgendeine Kappe auf und wird dann bei so einem enorm starken Feld Weltmeister. Ja, mit einer taktisch klugen Leistung auch. Also nicht nur irgendwie da reingespült, sondern ja wirklich verdient und sehr souverän am Ende. Ja, Alistair Brownlee, der unzufrieden war mit seinem zweiten Platz, der das als sein Jahreshighlight ausgesucht hat, unbedingt gewinnen wollte, nachdem er im Frühjahr ja auf die Kurzdistanz zurückgekehrt ist und da bewiesen hat, dass er auch Sprintdistanzen noch gewinnen kann, Kurzdistanz-Europameister geworden ist. Aber ja, das hat ihn so ein bisschen gewurmt, dass er das letztendliche Lauf-Duell verloren hat. Rudi van Berg, der in Nizza, seiner ehemaligen Heimat als kleines Kind, jeden Stein auswendig kannte, dann in den Abfahrten mal alle richtig lang gemacht hat und ja, auch mit großer Freude überraschend den dritten Platz gesichert hat, nachdem er 2018 in Südafrika Zehnter geworden ist. Und ansonsten ein Sebastian Kiene, der schneller gelaufen ist als Javier Gomez und die, was war es, zweitschnellste, drittschnellste Laufzeit, glaube ich, hatte. Ja, mit einer 1,9 und sich das durchs Schwimmen zwar ein bisschen mit einem Podium, mit einer Podiumchance dann frühzeitig verscherzt hat, aber gut, ich glaube, im Nachhinein war er mit dem Rennen dann doch ziemlich zufrieden, wie es gelaufen ist. Ja, es war das erwartete Spektakel, kann man sagen. Ja, auch spektakulärer Kurs, hat alles gepasst für wirklich ein besonderes Rennen, also es ist halt einfach auch vom Rennverlauf, hat sich ja auch bestätigt, mit den Attacken, die gesetzt wurden, mit dem Risiko, was einige gegangen sind, da ist halt echt was passiert. Das war nicht so dieses Zusammenfahren von größeren Gruppen und der zweiten Gruppe dahinter, von denen, die später aus dem Wasser kommen, das hatte halt richtig Dynamik und das hat, glaube ich, beim Zugucken auch echt Spaß gemacht. Ist schon wieder so lange her, wenn man gefühlt ist, noch so viel passiert. Was auf jeden Fall passiert ist noch, ist, wie hast du es vorhin noch so schön im Vorgespräch ausgedrückt, man hat gesehen, dass Daniela Rief unschlagbar ist. Ja, zu dem Zeitpunkt. Bis zu diesem Zeitpunkt. Genau, hat man das mal wieder danach gedacht. Also klar, im Frauenrennen auch die Zeitstrafe von Lucy Charles wegen Windschattenfahrens bergauf, die ja auch so ein bisschen dann die Chancen auf Sieg oder auch den zweiten Platz genommen hat. Ja, und Holly Lawrence, die ein mutiges Rennen bestritten hat, auch auf dem Rad und dann, ja, mit Platz zwei quasi sich zufrieden geben musste, muss man ja eigentlich sagen, aber damit auch im Endeffekt mehr als zufrieden war. Also es war eigentlich wie erwartet. Was mich ja immer noch sehr interessieren würde, wäre, was Daniela Rief im Kopf vorgegangen ist. Sie hat ja im Nachhinein gesagt, dass sie auf der Abfahrt immer noch geglaubt hat, dass sie zweite ist, weil sie nicht mitgekriegt hat, dass Lucy Charles Barkley anhalten musste. Was muss er da durch den Kopf gegangen sein? Ja, das ist verdammt. Ich wollte sie schon längst haben, ich fahre hier schon wie eine Irre. Die ist nicht da. Ich kriege die einfach nicht. Wo ist die denn schon? Also sehr interessant, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber da ging bestimmt einiges vor sich. Ja, auch mit allen Geschichten drumherum mit den Ergebnissen und Rennverläufen, definitiv eine 70-3 wäre, wie man sie sich wünscht. Absolut. Und damit ist dann ja auch immer quasi der Haken hinter die Saison gesetzt, bis zu dem, ja, ein der großen Highlights, oder eigentlich ist es das große Highlight der Saisons, der Ironman-Harei. Zumindest für alle Langstrecken. Ja, natürlich, genau. Aber auch was die mediale Aufmerksamkeit angeht, auch nicht nur bei uns, sondern auch in den General-Interest-Medien. Alle Sportmedien gucken da hin. Und ja, was dabei, um jetzt noch eine kleine Brücke zu schlagen, dabei immer noch einmal zu kurz kommt, ist der Ironman-Barcelona, weil das immer dann der Punkt ist. Eine Woche vorher, wenn alle auf Verweis sind. Genau. Dann kommt der Punkt, wo sich die Ersten, obwohl in diesem Fall war es nicht Cameron Wirth, hatte sich auch schon qualifiziert, vorher in Italien. Aber dann sind, wenn die lange Rede kurzer sind, ich will auf Florian Angert hinaus. Das schnellstes Ironman-Debüt aller Zeiten bisher, Hawaii Slot gelöst, damit auch Newcomer des Jahres geworden bei den Triathlon Awards. Newcomer, nicht weil er... Aufsteiger, ja. Ja, genau. Also Aufsteiger des Jahres. Nicht, weil man ihn vorher nicht kannte oder so, sondern einfach, weil es der erste Start auf der Langdistanz war und er als Langdistanzler ganz neu ist und direkt eingeschlagen ist. Und ja, man sich auch da jetzt fragen kann, ob er das einfach so reproduzieren kann, ob er das in der Hitze von Hawaii hinkriegt. Sucht er sich noch eine sommerlange Distanz? Wo startet er? Ja, auch das wird interessant. Auf jeden Fall. Einer von denen, und da ist Sebastian Kienl ja immer gut drin, auch die Credits an seine Konkurrenz zu verteilen. Er gesagt hat, da wird er in Zukunft, wenn er mit Florian Angert im Rennen ist, sehr lange brauchen, um den einzuholen. Ja, wenn es denn gelingt, weil er weiß, wie stark er schwimmt und wie stark er Rad fährt. Und ja, wir freuen uns da auf spannende Rennen. Ja, ähnlicher Rennverlauf fällt mir gerade ein wie in Chamorin auch. Komplett flache Radstrecke, was Florian Angert offenbar sehr, sehr gut liegt mit der Aerodynamik, wo er auch davon gefahren ist und ihn auch Sebastian Kienl und Lionel Sanders nicht mehr bekommen haben und er dann auch beim Laufen noch lang geführt hat und auch als erster allein in die zweite Wechselzone gefahren ist. Ja, das bleibt spannend. Kommen wir zu Hawaii. Genau, kommen wir zu Hawaii. Endlich. Das ist jetzt noch nicht so lange her und da haben wir auch schon lang und breit drüber diskutiert. Aber was ist denn so, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, zwei deutsche Weltmeister, was ist so für dich kleben geblieben? Naja, die Art und Weise des Sieges von Jan Frodeno. Das ist einfach wahrscheinlich in den letzten Jahren wirklich das dominanteste Rennen von einem Hawaii-Sieger war, was man gesehen hat. Ohne großes Taktieren mit dem Mut vorn direkt dran zu bleiben, wobei da muss der wahrscheinlich nicht mutig sein, das hat, denke ich mal, einfach vom Tempo gepasst. Aber einfach auf dem Rad, sich nicht zurückzunehmen, zu sehen, die Lücke ist da und man lässt es gar nicht darauf ankommen, dass die Gruppen mal zusammenfahren und dann attackiert werden muss, sondern alles daran setzen, dass das erst gar nicht passiert. Und dann auch derjenige zu sein, der die anderen motiviert, mal zu arbeiten. Also gar nicht so dieses, okay, jetzt schläft das Tempo ein, vielleicht kann ich auch ein bisschen davon profitieren. Er weiß ja, dass er auch einer der besten Läufer, wenn nicht der beste Läufer ist. Also das ist wirklich von allen Facetten und in allen Disziplinen war das halt echt eine Paradeleistung und einfach auch das Gesamtpaket. Du erzählst die Geschichte ja immer so gern, du warst auch derjenige, der es gesehen hat, als er schon nach wenigen Kilometern auf dem Ali-Drive bei seinen Supportern dann irgendwie auch fröhlich was gesagt hat oder gegrinst hat, so nach dem Motto, er war sich sehr, sehr sicher, dass er sich so gut fühlt, dass er das Ding auch durchläuft. Das interpretiere ich da rein, aber es ist ja das, wie er es auch gesagt hat, er hat gesagt, es war der perfekte Tag, nachdem er sich so lange gesehnt hat und es ist halt, die laufen dann ja raus den Ali-Drive und kommen ihn dann ja irgendwann auch wieder zurück und dann vorm Lava Java, da ist immer so die größte Fantraube und da hatte er ja auch sein Frodissimo-Café und da wurde dann auch geguckt und seine ganze, die vom Radhersteller waren die Supporter da und seine Mechaniker und die ganzen Ryzen-Leute. Und die standen da halt alle und haben ihm dann auch irgendwas zugerufen und er ist ja wirklich echt vorbeigelaufen und hat mit dem Finger auf die gezeigt und hat gesagt so und wirklich mit einem Lächeln im Gesicht und auch als er dann dabei einfach noch ein paar Meter weiter gelaufen ist, hat er immer noch gegrinst. Ich habe keine Ahnung, was die sich zugerufen haben, aber da konnte man auf diesem Grinsen, konnte man schon sehen, war schon richtig so, heute ist der Tag, ich habe es im Griff. Also wie gesagt, Interpretation von mir, aber ich finde, man konnte es deutlich sehen und das ist für mich auch so das, was hängen geblieben ist, das hat sich ja im Prinzip schon vor dem Rennen angedeutet, auf der traditionellen Pressekonferenz hier gegeben hat, ich hätte einen Sportler so entspannt gesehen vor so einem Rennen mit einer Engelsgeduld jedem sein Interview gegeben, ganz egal in welcher Sprache, auf Englisch, auf Deutsch, auf Spanisch und zwar richtig lang, ob er ins Handy geredet hat oder in die Live-Kamera vom ZDF, es war für jeden was dabei, so lange wie man das wollte, es gab keinen Stress, es war einfach, es war so, hey, wir machen heute Medientag, dann machen wir Medientag. Es dauert einfach so lange, wie es dauert und ich habe Zeit, ich mache das hier ganz locker. Diesen Eindruck hat er vermittelt und diesen Eindruck hat er auch, finde ich, ins Rennen gebracht. Also, das hat einfach gesehen als so, also heute kann mich nichts außer Ruhe bringen, kein wütender Engländer oder Brite, der mich anschreit irgendwie von der Seite, nichts. Das war sehr beeindruckend und das ist auch das, was für mich dahin geblieben ist. Auch wenn so jemand wie Dan Lorang vor dem Rennen sagt, auf die Frage, ist es denn von den Trainingsdaten im Vergleich aus den Vorjahren der beste und fitteste Jan Frodeno, wenn Dan dann das schon nicht irgendwie umschreibt und sagt, ja, er ist auf jeden Fall fit und er kann gewinnen, sondern sagt, ja, so ganz klar, dann ist es halt auch, da weiß man, wenn man ihn ein bisschen kennt, dass er die Frage nicht immer so beantworten würde, wenn er da nicht quasi hinter steht. Also, nicht irgendwie dann taktisch sagt, ja, also, er ist schon fit als alle anderen oder war noch nie so fit. Das hat dann schon ein Gewicht, wenn so eine Aussage kommt und das hat man ja echt im Nachhinein dann auch ganz klar gesehen. Noch das, was dann gesagt wurde von Jan, dass er meinte, nachdem das die zwei Jahre nicht geklappt hat, haben sie sich doch nochmal zusammengesetzt und gesagt, so, was wollen sie unter allen Umständen den dritten Hawaii-Sieg und auch, dass dann so Entscheidungen gefällt wurden wie, auf die 70-3-WM zu verzichten, kein Risiko einzugehen, alles Sachen, wo man jetzt im Nachhinein am Ende des Jahres sagen muss, es scheint alles aufgegangen zu sein. Also, es war ja wirklich das, nicht nur das perfekte Rennen, es war ja eigentlich das perfekte Jahr. Also, wenn du kein Rennen verlierst, wenn du alles gewinnst und wenn du Hawaii mit der, mit Streckenrekord und auf die dominante Art und Weise echt abliefern kannst, das ist, ja, bestätigt, dass er halt der Ausnahmesportler ist, der halt auch schon seit Jahren ist, nicht nur in Deutschland, sondern einfach weltweit im Langstrecken-Triathlon. Ja. Tja, ansonsten, was bei mir noch sehr hängen geblieben ist, Tim O'Donnell, auch ähnlich wie Anna Haug gezeigt, dass man im, ja, einmal bei ihm kommt noch dazu, im doch schon echt auch hohen Alter, ich glaube, 39 ist er mittlerweile schon, 38 oder 39. Eins von beiden auf jeden Fall, was ja beides schon recht hohes Alter ist. Und dann einmal wie bei Anna Haug, dass man mehrere Wochen und Monate mit Verletzungen kämpfen kann, dass man im Jahr nur ein oder zwei Rennen vorher bestreitet, die teilweise auch nicht, die liefen ja bei ihm auch nicht mal gut. Er hat ja sein Quali-Rennen auch zum Beispiel gar nicht gewonnen, musste dann geplante Wettkämpfe vor Hawaii absagen über die Mitteldistanz nochmal, weil er einfach Probleme hatte. Und dass man auch dann, dass Routine auf Hawaii viel zählt. Und dass Hawaii nun mal halt doch, wie man es immer sagt, es sind nun mal die Beispiele dafür, dass es dann auch eigene Gesetze hat. Weil wenn so jemand, den man dann von der Fitness her gar nicht auf Rechnung irgendwie hatte und der sich selbst auch für den zweiten Platz wahrscheinlich nicht auf Rechnung hatte, ja, der dann davon profitieren kann, immer da konstant abzuliefern, alles zu kennen, bereit zu sein, was zu riskieren, einfach weil entweder alles oder nichts, dass sich das auch auszahlen kann. Ja, und bei den Frauen, ja klar, über Anne Hauck haben wir schon gesprochen, die dann ja einfach auf der Laufstrecke da dann einfach das Ding ja einfach durchgezogen hat. Und es ist dann immer so, wenn man im Ziel steht, dann irgendwann muss man ja, um dann rechtzeitig da zu sein, um zu fotografieren und seinen Platz zu sichern und so, bekommt man den Rest halt auch nur noch in der Übertragung mit. Und dann wird aber zwischendrin immer mal angesagt irgendwie so, ja, sie läuft jetzt so und so schnell, ja, das könnte klappen irgendwie so, dann reicht das und so weiter. Und man hatte irgendwie auch das Gefühl, ja, wenn man sie dann auch angeguckt hat, dann wusste man, ja, die holt sie irgendwann und dann zieht sie das auch durch. War so, und so ähnlich ging es ihr ja auch dabei. Sie hat einfach sich nicht verrückt machen lassen, hat es einfach durchgelaufen. Und das war schon cool zu sehen, aber das, was auch sich dahinter dann entsponnen hat, auch mit Lucy Charles Barclay, ist tatsächlich, das ist auch ganz großes Kino, sich überholen lassen zu müssen zum x-ten Mal, wieder das ganze Rennen vorne weg gemacht, wieder alles alleine gemacht, wieder überholt. Und dann aber ausgerechnet nicht von der, die einen sowieso immer überholt. Die hat einmal einen schlechten Tag, weil, ne, ich rede es natürlich von Daniela Rief, die auch mit dem Magen hatte im Vorfeld, hat sie dann im Nachhinein gesagt. Sondern da kommt dann eine neue und die holt mich dann. Ja, vor allem, da kommt die erste vorbei, dann ist der Sieg quasi schon wieder irgendwie aus dem Blickfeld irgendwann verschwunden und dann kommt die nächste auch und dann bist du auf einmal nur noch dritte. Und ich meine, die Gefahr eigentlich, dann zu sagen, ey, das kann doch alles nicht wahr sein, die ist ja eigentlich so groß. Und dann nochmal... Dann kam Lola ins Spiel. Ja, genau. Ja, und dann dran zu bleiben und irgendwie nochmal darauf zu hoffen, dass sich das nochmal ändert, dass auch die Konkurrenz, die einen überholt, was ja eigentlich immer bedeutet, irgendwie die sind viel schneller, die laufen das durch. Ja, dass da nochmal offensichtlich ein Fünkchen Hoffnung da war, dass da nochmal was passiert, das ist ja eigentlich schon eine Leistung für sich. Und dann nochmal die Stärke zu finden, da dann vorbeizugehen und das auch irgendwo ja zu riskieren und durchzubringen, dass auch wenn es dann das Duell im zweiten Platz war, wird sie für die Zukunft sicherlich auch nochmal stärker gemacht haben. Es wird sicherlich immer so ein Moment sein, an den sie sich zurückerinnert, wenn es darum geht, jemand läuft vielleicht mal auf, jemand... Also in verschiedenen Rennkonstellationen, weil sie weiß, okay, ich habe das schon mal geschafft und da dann einfach so diese Visualisierung stattfinden kann, wie es denn ist, wenn man nochmal zurückkommt. Aber ich sage es dir, es war der Hund. Ja, kann sein. Sie hat die Geschichte bei der Pressekonferenz danach erzählt, sie hat mit ihrem Mann ausgemacht, wenn sie gewinnt, kriegt sie zwei Hunde, wenn sie zweite wird, kriegt sie einen Hund und wenn sie dritte wird oder schlechter, dann gibt es halt keinen Hund. Da muss man sich halt nochmal wieder neu mehr anstrengen. Und dann sah sie Lola the Minijack, wie er auf Instagram heißt mit seinem eigenen Account, plötzlich bei jemand anders aufwachsen und dann hat sie sich gedacht, ich muss, ich muss zurück auf diesen zweiten Platz. Und das hat sie dann auch durchgezogen. Ja, die Version gefällt mir auch am besten. Ja, aber so war es. Ja, so war es. Weil wir ja beide wissen, jetzt ich auch aus der Erfahrung, wie viel Kopf man für sowas noch bei Kilometer 36 auf der Langdistanz hat im Marathon. So hat sie es erzählt auf der Pressekonferenz und da hat sie dann auch ihrem Mann gebeichtet oder ihm auch eröffnet, dass der Hund auch im Bett schlafen wird. Davon wusste er ja noch nichts. Das war offensichtlich nicht Teil dieses Vertrags, aber ja gut, so wie sie abgeliefert hat, haben sie sich das verdient. Lola und sie, das ist wahr. Ja. Das war Hawaii. Und damit war es auch fast rum. Jetzt ist ja schon fast wieder Ausblick, weil eigentlich das, was dann noch kommt, ist ja schon wieder eigentlich für die neue Saison. Ja, fast. Aber wenn man jetzt nochmal überlegt, was natürlich auch in den letzten Wochen jetzt nochmal ganz präsent war, war halt Alistair Brownlee, der danach nochmal jetzt das Rennen gemacht hat in Western Australia mit 7, 45, 46 gewonnen hat, superschnellen Marathon auch gelaufen ist, diesmal eine Kappe beim Laufen aufgehabt hat in der Hitze, also auch gelernt hat aus seinem Hawaii-Start. Und ja, wo man jetzt auch einfach gesehen hat, also der kann es schon, auch auf der Langdistanz. Und der wird auch nächstes Jahr, ob er jetzt Olympia macht oder nicht, und egal wie erfolgreich, nicht nochmal ein zweites Mal hingehen und sagen, ich bin nur hier, um zu lernen. Ganz egal, auch jetzt mit 23 oder so. Total krasses Jahr ja auch für ihn. Also ich meine, er hatte sich ja committed und hat sich ja total fokussiert auf die 73-WM, hast du ja auch eben gesagt. Und wir hatten ihn ja vorher im Interview und dann war immer die Frage so, ja, Hawaii, ich will lernen. Aber auch da hat er schon gesagt, so richtig überzeugt bin ich davon noch nicht, ob ich nicht da dann doch irgendwie was raushauen muss. Dann kam es dann so, dass nachdem das nicht geklappt hatte mit dem WM-Titel, er dann glaube ich doch gedacht hat, jetzt muss ich irgendwas machen. Und dass er aber dann am Ende des Jahres dann nochmal so eine Motivation findet, um so einen rauszuhauen, zeigt natürlich, was in ihm steckt. Ja, das wird richtig spannend. Also gerade auch, wer von den Kurzdistanzlern nächstes Jahr dann wirklich auf Hawaii sein wird. Es gibt ja unterschiedliche Pläne und auch Kandidaten. Wir haben jetzt über mehrere schon gesprochen. Ja, wer hat alles die Chance? Oder wer könnte? Naja, also Brownlee ist ja schon dabei. Gustav Iden müsste in der langen Distanz finishen. Javier Gomez hat ja auch nicht nur durchklingen lassen, sondern das quasi jetzt schon mit Malaysia bestätigt, dass er starten wird. Also wenn da nichts dazwischen kommt mit Richtung Verletzungen und so weiter, die sind ja, also Gomez und Brownlee sind schon qualifiziert. Gustav Iden bräuchte kein gutes Ergebnis mehr, sondern nur ein Finish. Ja, wir wissen alle, wo Gustav Iden ist. Das ist auch Christian Blumfeld. Ja, der nicht weit. Hat ja auch schon gesagt, er überlegt sich das. Ja, wohl dem, der in der Situation ist, sich sowas zu überlegen zu können, wenn bei dem, was die sonst noch alles so vorhaben. Ja. Ja, es wird ein großartiges Jahr auf jeden Fall. Olympia steht an. Da freuen wir uns sehr drauf. Und ja, am Ende des Jahres, in einem Jahr sitzen wir wieder hier und sind sehr gespannt. Jetzt mal, über was wir da reden können. Manchmal, das hat das ja auch gezeigt, kommt alles ganz anders, als man denkt. Ja. 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 Ein großartiges Triathlonjahr geht zu Ende, wie wir jetzt nochmal in doch langer Zeit festgestellt haben. Viele Geschichten, viele Überraschungen und ja, nicht genügend Zeit, um alles zu erzählen. Ja. Da könnte man viel mehr noch ins Detail gehen. Ja, aber... Wir machen jetzt einen Deckel drauf. Wir machen einen Deckel drauf. Eine Episode kommt noch dieses Jahr, nächste Woche. Die nehmen wir im Vorfeld auf. Aber ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. An der Stelle kann man, glaube ich, bei einem Jahresrückblick auch sagen, vielen Dank für die Treue durch das Jahr. Auf jeden Fall. Und ja, für alle Rückmeldungen, ansonsten bleibt noch zu sagen, wir haben es angedeutet, die neue Triathlon ist im Handel. Ja. Wer quasi jetzt dann durchgehört hat und noch mehr lesen und wissen will. Über die verkorksteste Saison von Anne Haug. Genau. Und viele andere Sachen und über die Feiertage oder noch ein Weihnachtsgeschenkbrauch, der ist damit vielleicht gut bedient. Ja. Und ansonsten verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und von deiner Stelle quasi schon bis nächstes Jahr. Genau. Ich verabschiede mich schon. Wir hören uns im neuen Jahr. Genau. Und mich hört ihr dann wahrscheinlich nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.